So, da sind wir. Oh, holy shit. Ein Wunderschön, guten Tag. Moin, moin. Hallo. Shotgun. Hallo, Hamburg. Ah, naja. Dankeschön. Ach, setz dich doch. Setz dich scheiße. Hi. Sehr viele Menschen hier. Ihr wisst, dass Gronk gerade Autogramme schreibt da drüben. Ah, okay. Wer kommt gleich noch hierher? Ein Wunderschön. Jetzt muss er. Hast du ein Warm-up vorbereitet? Ich habe ein kleines Stand-up vorbereitet. Ja, let's go. Etienne Gade. Du weißt, wir werden davon jahrelang noch hören. Egal, wie es jetzt läuft. Jeder in diesem Raum. Kennt ihr das, wenn ihr auf Messe seid und ihr geht auf die Toilette? Und ich habe gar keinen Joke. Okay. Yeah. Wow. Aber die Gestik. Ja. Wie ist das eigentlich hier mit... Aber man fühlt sich auch direkt so, als ob man ein neues iPhone hier präsentiert. Und irgendwie so ein bisschen... Hast du eins? USB-C! Aber welches, Etienne? Das neue. Die sollten das iPhone nicht mehr nummerieren, sondern einfach nur iPhone New. Ein neues... Also jedes Neue ist das Neue und iPhone auch. Vielleicht aber nur immer eine Farbe und dann gehst du so einmal alles durch. Ja, möglicherweise. Farben. Du weißt, das Rote ist das Neue. Ich finde nicht, dass es Sinn ergibt, was ihr sagt. Aber ich gehe mit. Ja? Das ist dein Leben, ne? So ist deine ganze Karriere entstanden. Ich habe resigniert. Ich kriege auch Ärger immer von euch, wenn ich dagegen bin. Man darf ja, wenn ich eigene Ideen habe, kriege ich Ärger von euch. Deswegen sage ich einfach, wir machen... Es ist jetzt auch nicht so oft vorgekommen, Nils. Ja, wir haben... Seit wann resignierst du schon? Ey, wirklich schon seit einer Weile. Ich habe einfach... Nils... Ich sitze dann nur noch... Ich bin wie dieser Roboter aus... Per Anhalter durch die Galaxis. Marvin. Ja. Ich bin wie Marvin. Ja, depressive Roboter. Ich sage einfach nichts mehr. Ich sitze hier und lasse es geschehen. Wir hören von der Größe eines Planeten. Hört ihr uns überhaupt... Hört ihr uns gut, weil ich höre Nils nicht. Hört ihr, weil er was sagt? Ja. Könntet ihr das einfach wiederholen, was ich sage, damit Eddie das aufhört? Ja, nur die Hälfte. Ich weiß nicht, ob Leute, die sich das... Wer sich das im Nachgang anguckt, erfassen kann, was hier passiert. Das sind unfassbar viele Leute. Vielleicht können wir einfach mal durchzählen. Können wir da unten anfangen? Ja, durchzählen. Eins, zwei... Unfassbar. Was wir mal wieder machen können. Was denn? Wir können Massen-Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Wir können uns aber auch einfach über Aliens und KI unterhalten. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber ich würde sagen, Massen-Schnick-Schnack-Schnuck würde ich... Ich meine, das gibt immer nur auf der Bühne. Habt ihr gesehen? Ja? Ja, jetzt ist eine gute Gelegenheit, will ich nur sagen. Sollten wir mindestens einmal machen, Leute. Ich frage mich gerade, ob man mit Aliens überhaupt Schnick-Schnack-Schnuck spielen kann. Weil diese neuen Aufnahmen, da haben die ja so drei Finger, ne? Ja. Und kann man da zum Beispiel überhaupt einen Brunnen mitmachen? Weil die haben ja, glaube ich, keine gegenüberliegenden... Also die haben keinen Daumen, ne? Die haben nur so drei so. Aber mit drei kannst du einen Brunnen machen. Woher weißt du denn, wie viele Finger die Aliens haben? Ja, diese kleinen mexikanischen Aliens, meint er jetzt. Mexiko. Die ganz kleinen. Also ich wollte nur einen Gag machen mit Aliens-KI. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Achso, nee. Nee. Nils Bohmhoff, das ist ja deine Bühne hier. Gestern hast du hier bereits den Twitch-Song-Contest ausgerufen und vollzogen. Ja. Das war ganz schön geil, Alter. Das hat Spaß gemacht. War jemand von euch gestern hier? Oh, das ist ja hier. Wer ist seit gestern einfach sitzen geblieben? Die meisten. Ich sehen erstaunlich viele Hände hoch, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber findet ihr es nicht auch ein bisschen schade, dass Nils selber gar nicht gesungen hat? Und jetzt für euch Nils Bohmhoff, Karaoke. Nils Bohmhoff! Das hättet ihr nicht erwartet. Wir haben es vorbereitet. Ich weiß nicht, warum ihr so erpicht darauf seid, dass die Leute nach Hause gehen. Aber wenn jetzt so ein Background-Chor käme und so ein Orchester und wir hätten dich getrollt und dann kriegst du ein Mikro in die Hand. Was würdest du denn singen? Was wäre der eine? Ich würde, glaube ich, was, wo ich auch richtig mein ganzes Spektrum auch zeigen kann. Also Céline Dion, My Heart Will Go On. Oh, spielst du sowas? Oder Meet Love. Meet Love oder Through the Fire in Flames. Da frage ich mich immer, was ist es? Was ist es? Was ist die eine Sache, die er nicht macht? Mann, du kennst, du musst einfach mal den Song hören. Er singt das, ja. Was denn? Naja, er singt, sie will quasi, sie sagt, ich weiß doch, wie das läuft, am Ende verlässt du mich wieder. Und dann sagt er, ich würde ja alles für Liebe tun, aber das würde ich nicht machen. Dich verlassen. Ohne Mist. Es geht ums Verlassen? Nein, sie sagt, du verlässt mich am Ende doch wieder. Und dann sagt er, nein, das mache ich nicht. Ich würde alles... Ändert das jetzt deine Sicht auf den Song? Das macht keinen Sinn, was du sagst. Er sagt, ich mache alles für die Liebe, aber diese eine Sache... Wenn sie sagt, sie sagt, geh doch jetzt, irgendwie, du verlässt mich doch eh am Ende, dann kannst du auch jetzt gehen. Kein Bock auf den Herzschmerz. Alle verlassen mich immer. So, und dann sagt er, hey, ich erfülle dir jeden Wunsch, ich erfülle dir jeden Wunsch, aber den Wunsch erfülle ich dir nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so viel Gedankengut in diesem Text kommt. Der Song ist 20 Jahre alt oder 40, du kannst es googeln. And I would do... Mit Zeit für einen Power Move. Aber gut abgelenkt dafür, dass du jetzt nicht singen musst. Dankeschön, das kann ich gut. Ja. Ich kann, das kann ich wirklich gut. Wenn der Fokus auf mir ist... Aber stellt euch mal vor, es würde jetzt so ein Orchester reinkommen. Aus Aliens. Und... Mit drei Fingern jeweils. Und Nils singt, und er singt ultra gut. Ja. So, wir wussten es 20 Jahre nicht, dass Nils einfach der krasseste Sänger ist und einfach eine wunderschöne Stimme hat. Ey, ich hab manchmal wirklich so Fantasien. Wir haben ja auch bei Rocket Beans so Sendungen gemacht, die Mitsingen-Sause, wo dann immer wirklich alle Leute irgendwie gut singen können. Lisa war dabei, Wolfgang M. Schmid hat mal Schlager gesungen, du hast Vanilleeis gemacht. Manchmal, wenn ich so nachts mich hin und her wälze und nicht schlafen kann, dann stelle ich mir so vor, ey, wenn ich da jetzt einfach mitgemacht hätte... Was hättest du gesungen? Irgendwas rauchiges, so Tom Waits oder so. So schön, so an einem Piano. Ich hätte das bekommen, wenn du auch selber dann so spielst. Ja genau, und dann mit einem Whisky, aber der hätte ich nicht getrunken, der hätte aber da gestanden, einfach nur für die... Den hättest du getrunken. Ich hätte ihn getrunken. Und dann hätte ich sowas getrunken und dann hättet ihr alle so Tränen in den Augen gehabt und ich hätte natürlich auch gewonnen. Budi, wir sind hier, du kannst hier keine Privatgespräche führen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Es ist nicht so, dass ich das nicht merke. Das dritte Mal. Die ganze Klasse möchte lachen. Sie lacht. Es ist wirklich schön, so viele Leute hier zu sehen. Polaris, wie geht es euch? Ist alles in Ordnung bei euch? Gibt es das gut? Absolute fucking Wahnsinn. Ich habe mir vor einigen Jahren geschworen, das nie wieder zu tun, tatsächlich. Bühne mit euch. Du hast auch geschworen, pünktlich zu kommen. Ich habe mir aber auch viele Sachen vorgenommen, nie wieder zu tun. Bühne oder Bühne mit euch? I would do anything. I would do anything for you. But I won't do that. Ich bin das erste Mal auf der Polaris. War die letztes Jahr schon da? Ich war letztes Jahr hier, ja. Ist mega geil. Mit meinem guten Freund Erik. Ist der parallel? Wir sind so. Aber jetzt nicht wieder versuchen, die Leute abzugreifen. Warte, ich glaube nicht, dass du wieder gebannt wirst. Was? Sorry, ich habe gerade mit Kronen geredet. Das kann ich verstehen. Sorry. Ja, was wollte ich sagen? Und dann bist du trotzdem wieder hier, oder was? Ist das für dich jetzt nostalgisch, melancholisch? Was fühlst du? Was fühlt ein Daniel Budiman hier auf der Bühne? Ich war nervös, sehr nervös. Als ich hier hingekommen bin, gesehen habe, dass diese Tribüne 400 Meter groß ist und dass sie auch noch besetzt ist mit echten, realen Menschen, glaube ich. Wollte ich gehen. Nein, war gut. War Spaß. Wirklich. Und auch noch von gestern Abend getrieben. Wir haben gestern Morton Manor Teil 1 gehabt. Soiree Bizarre. All right. Da wurde ich tatsächlich auch schon häufig darauf angesprochen, aber ich hatte nicht so richtig Zeit, weil ich bin vorhin mit Inlineskates hier durchgefahren, mein Bruder. Moment, was? Du bist mit Inlineskates hier durchgefahren? Das sieht nicht cool aus. Ja, aber alles, außer ich kann, sieht nicht cool aus. Das sieht nicht cool aus. Nein, aber ich meine, hast du mal so gesehen, wenn so Leute, die dann zu der Zeit, als das cool war, das wirklich gelernt haben und die sind auch nicht davon weggekommen und manchmal gibt es so Leute, gerade im Sommer, wenn man irgendwo so ein Promenadenstück hat oder so, die stellen sich so Hütchen auf. Ja. Dann machen die so. Das ist cool. Aber das ist ja so ein ganz kleiner Prozentteil an Menschen, die das können. Das ist so ein bisschen wie, wenn du dir Videos auf Insta-Stories oder so siehst von so Parcours-Leuten, die dann über die Golden Gate Bridge springen oder so und dann siehst du so irgendwie irgend so einen Hans, der sagt, und jetzt Parcours und dann macht der irgendwie so. Das ist so ungefähr das Verhältnis zum. Ja, aber weißt du, der Prozess. Parcours ist auch nicht cool. Nein, aber was die Leute wirklich heute sagen, ist der. Das habe ich nicht verstanden, leider. Das war ein guter Gag. Parcours, Parcours. Was, bist du der Einzige, der Wortspiele machen darf, oder was? Nein, ich bin nur beeindruckt über diese unglaubliche Qualität. There is more where that is from. Ja. Ich wollte nur sagen, wenn du jetzt nicht aufhörst, hier Privatgespräch, dann setze ich euch auseinander. Das Ding ist, wir können euch kalt verstehen, ist wie auf einer Party. Verstehe ich nicht. Was? Ich habe gedacht, das wäre psychisch einfach, dass ich so einen Schutz habe, aber nee, das ist tatsächlich audiomäßig. Wollen wir die Plätze tauschen? Es ist ein bisschen schwer. Hilft es dir, wenn wir die Plätze tauschen? Nein, alles gut. Was ist denn das Problem? Nichts ist das Problem. Ich wollte eigentlich einhaken, weil Inlineskaten, dieses, ich würde dich eigentlich wirklich gerne mal auf Inlineskate sehen, weil Technik generell, was du anfasst, explodiert instant. Was aber nicht explodiert ist bei dir, ist dieses lustige Hoverboard. Das ist später schon explodiert. Ach, okay, entschuldige. Das ist tatsächlich kaputt gegangen. Beim Slalomfahren? Nee, nicht unter mir, irgendwo einfach woanders. Okay. Ja, diese Hoverboards, die explodieren irgendwann wirklich einfach und gehen kaputt. Da habe ich nichts mit zu tun. Okay. Aber in London gab es, da bin ich rumgelaufen, da waren im Park, also es waren keine, wie heißen Rollerblades, wie heißen die davor? Rollschuhe. Rollschuhe. Mit vier Rollen noch, parallel mit Auto. Rollerblades haben auch vier Rollen. Nee, das ist eigentlich ein Fußauto. Was meinst du? Egal. Aber was ich meine, und die haben dann mit diesem Fußauto halt mega geile Moves gemacht, haben gedanzt und das waren dann irgendwie so 20, 30 und jeder hatte seinen eigenen Dance und dann dachte ich mir, fuck, der Shit kommt wieder. Das ist so, wenn du das jetzt, das muss man jetzt lernen. Ja. Nicht Rollerblades und so, Hoverboard, der ganze Scheiß, du musst, du hast doch noch Rollschuhe bestimmt. Mein Bruder hat Rollschuhe, der lernt das und da habe ich gesehen, wie viele Leute das inzwischen machen, also wirklich ist das. Aber voll die Szene. Aber kann man nicht nur eine große Rolle nehmen? Gibt es auch tatsächlich. Ja, das gibt so Aufnahmen, kannst du mal gucken, vor 100 Jahren oder so, als es anfing. Die erste Rolle, die erste Rollschuhe. Aber nein, das ist lustig. Das sind nur eine Rolle. Nein, das ist wirklich. Das sind dann so Herren, die sehen aus, als wenn sie aus irgendeinem Herrensalon kommen, wie wir gestern auch waren, so alte, so Jahrhundertbände halt. Und die fahren so super schick gekleidet, mit Hut und alles und das ist wirklich ein Rad. Wann war das? Ich war nicht da. Ich würde sagen, vor 100 Jahren. War da noch alles schwarz-weiß? Ja, die Menschen waren noch schwarz-weiß. Und dann stehen die da so, haben da so zwei für die Schuhe, so Platten und dann so einen großen Reifen und dann düsen die da durch die Gegend. Das ist doch Quatsch. Bei dir bin ich mir halt auch nicht sicher. Ohne Scheiß, das hast du aus dem Asterix-Comic. Ist das ein Säugetier, Nils Bohmhoff? Naja, ihr könnt das alles googeln. Hast du gegoogelt? Jetzt Handy sofort raus. Ja, genau. Zeig mal Handy. Darf ich einmal kurz sehen, wer von euch ist verkleidet hier? Wer ist Cosplayer oder Cosplayerin? Ja, hier, auf jeden Fall Luigi. Und was ist denn gelb? Was, Digga? Wario, Mann, ey. Du willst ein Nerd sein. Ey, Arne, ich kenne halt nicht alle Nintendo-Farben. Ja, ich sehe da nur, die Mütze ist nicht richtig auf. Da ist auch noch ein Luigi. Ja, wie sagt das? Alle Luigis mal bitte kurz aufstehen. Da ist auch noch. Ja, da ist einer. Noch ein da. Haben wir noch einen? E2. Ihr habt keinen Luigi. Da ist ein Eduard Laser. Freiheit. Kick. Wisst ihr, was ich glaube? Beide Luigis müssen jetzt auf die Bühne und auskämpfen bis zum Tod, wer der einzige Luigi ist. Guck mal, wir haben zwei Luigis und nicht einen Mario. Und ich finde, das passt zu uns. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind ja alle Nerds hier. Und wir sind jetzt nicht so sozialisiert worden, dass wir die Beliebtesten auf dem Schulhof gewesen wären. Und Luigi verkörpert genau das. Mario ist Everybody's Darling. Alle lieben Mario. Hey, malde zu mir, Mario. Er ist immer der Star, immer der Held. Wird überall erkannt. Und Luigi ist halt sein Bruder. Der wird einfach nur mitgeschleift. Selbst in diesem neuen Mario-Film ist er im Prinzip der Vollloser, der von Mario irgendwie durchs Leben gezogen werden muss, weil er nichts auf die Kette kriegt. Und ich glaube, deswegen identifiziert man sich viel lieber mit Luigi. Ich auch. Bei Mario Kart, ich war immer Luigi. Niemand mag den Gewinner. Ja. Das ist so wie Mickey und Donald. Niemand mochte die Mickey-Maus-Geschichten. Ja. Oder? Nein. Du wolltest Donald sehen, wie er irgendwie mit seinem komischen Auto gegen die Wand fährt oder so. Ist das der Grund, warum wir nicht erfolgreich sind? Exakt. Gut. Und Gronkh ist Mario. Gronkh ist auf jeden Fall Mario, ja. Sehr akkurat. Und alle. Das Problem ist, Luigi ist erfolgreicher als wir. Jedes in Ordnung. Was musst du dir Gedanken machen? Ja, weil Mario ihm was von seinem Geld abgibt. Hä? Aber guck mal, wir haben vier Luigis und einen Eduard Laser. Also wir kommen langsam... Wie kommst du denn auf vier Luigis? Wir haben hier... Zwei? Zwei, drei. Das ist noch alles Luigis. Ein Pokémon geht auf jeden Fall. Ein Pikachu geht gerade. Tschüss, Pikachu. Tschüss, cool. Tschüss, Piki. Aber es ist schon schön, wie viel Cosplay hier am Start ist. Sehr viel Cosplay. Man läuft die ganze Zeit rum und fühlt sich unter Nerds. Was würdet ihr sagen, ist hier das meist ge-cosplayte Kostüm? Hier. Was? Wie bitte? Genjin Impact. Aber das ist ja kein... Also da gibt es ja auch verschiedene. Ja, Naruto, wie immer, habe ich super viel gesehen. Sehr viele Akatsuki. Was für Dinger? Akatsuki. Was? Das ist egal, komm. One Piece habe ich sehr, sehr viel gesehen. One Piece habe ich auch schon. Ja, ja. Auch ganz viele Zeugcharaktie ist super. Ich glaube, morgen kommt auch wirklich der Versuch, der offizielle Versuch, den Weltrekord an so vielen CosplayerInnen sozusagen auf einer Bühne zu schlagen. Das ist morgen wohl ein Termin und dann sollen alle jenen kommen. Ist das so? Ja, ist so. Ja, ich verstehe kein Wort. Wir haben einen richtig guten Witz gemacht. Ja. Das habe ich an der Reaktion gemerkt. Ja, also was erwartest du? Wir haben auch die Möglichkeiten übrigens, wenn ihr Fragen habt, weil das ist eine neue Situation. Also ich weiß nicht, ob ihr so oft macht ihr das auch nicht, dass tatsächlich tausend Leute hier sind. Aber habe ich gehört, dass das ja tausend Leute sein sollen. Das ist krass. Nein, das glaube ich nicht. Ah, ich sehe eine Eintracht. Da sehe ich ja, du hast so eine Eintracht-Jacke an, Digger. Da ist das schön. Was? Ich habe nichts. Einen Applaus bitte. Okay. Hey, RBTV-Shirt, sehr gut. Hab ich doch gesehen. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ein Mikrofon rumzureichen. Also wenn ihr Fragen habt, dann macht euch jetzt Gedanken. Punkt. Guck mal, also wenn jemand das Bedürfnis hat. Oder sagst du das einfach? Nein doch, Mero, wo ist Mero? Da ist Mero. Mero hat das Mikrofon. Wenn jemand was sagen möchte oder fragen möchte, dann schicken wir Mero mit dem Mikrofon zu euch. Nein, nein, nein. Wir schicken Mero nicht. Wir müssen ihn einfangen. Hallo, da. Wenn sie ihn haben. Ah, sie winkt doch. Ja, da, rote Haare. Oh, oh, ich habe Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst. Das war, glaube ich, hallo. Hi, wer bist du? Ich bin Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Meine Frage wäre, ihr habt ja schon Cosplayers angesprochen. Du musst ein bisschen lauter sein. Ich habe kein Wort verstanden. Meine Frage wäre, ihr habt ja schon Cosplayers angesprochen. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, wen würdet ihr cosplayen? Sehr gute Frage. Wen würden wir cosplayen? Sehr gute Frage. Habt ihr schon mal, also klar, bei Game 1, Game 2 steckten wir natürlich häufig in Kostümen. Ja. Aber es ist auch Spaß, so für sich selbst. Ich war früher jede Art von Papprohr. Das Geile war, meine Schwestern haben immer Poster bestellt, so diese 80er Jahre, Delfine. Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe, was du gesagt hast. Hast du Papprohr gesagt? Ja, ja, Papprohre. Warte ab, warte ab. Und dann wurden diese Poster immer geliefert in diesen Papprohren. Und ich war noch jung und meine Arme haben in diese Papprohre gepasst. Und dann hatte ich da so zwei Papprohre und bin ich immer rumgelaufen, hab auf alles eingeprügelt. Und ich weiß nicht, wie man den nennt. Pappmann. Pappmann, aber das wäre mein Cosplay. Das hätte ich gerade mal wieder. Pappmann, Return of Pappmann. Return of Pappmann. Ich meine, du hast daraus mehr oder weniger eine Sendung gemacht. Ja, das ist ja natürlich auch wieder wahr. Aber ich meine, habt ihr das nicht gemacht? Ja, selbstverständlich. Pappmann, das ist ja wohl alles. Vom Lichtschwert bis hin zum Stahlarm. Ich hatte ein Kinderzimmer tatsächlich. Das was? Na ja, ist schon gut. Du hast den Scheiß gekauft bekommen, ne? Den wichtigen Markenkram. Ja, meine Eltern mochten mich und hatten ein schlechtes Gewissen wegen der Scheidung natürlich. Aber das habe ich leider nicht, meine waren leider nicht geschickt. Zweimal Weihnachten. Leider nicht. Ich hätte den Jummel abgegriffen, hätte ich. Aber was würdet ihr sagen, wo seht ihr euch jetzt mal? Ja, irgendwas. Das Kostüm. Ja, irgendwas. Aus einem Videospiel oder Zeichentrick oder Anime. Irgendwas muskulöses, wo ich mich nicht verkleiden muss so viel. Einfach. Wo ich vielleicht einfach. Müsstest du ja auch gar nicht so viel verkleiden. K-Shot ausziehen kann. Und dann so eine Spandexhose oder so. E-Man. Als Team sahst du erstaunlich gut aus. Der junge Arnold Schwarzenegger, irgendwas in der Richtung. Ey, ich habe keine Ahnung, meine erste Assoziation war tatsächlich Gaara. Aber einfach nur, weil ich die ganze Zeit so einen geilen Gaara aus Naruto. Das musst du nicht spezifizieren. Das ist, äh, der hat die ganze Zeit so Sand um sich herumwirbeln und kann damit... Gaara? Gaara. Aus? Naruto. Aus? Naruto, das ist eine Stadt bei Bremen. Sag einfach Paw Patrol oder... Aber ganz kurz, wer von euch kennt Naruto? Ach komm, Budi, das ist so... Und jetzt, wer von euch hat schon mal was gegessen? Und jetzt, wie auf der Couch? Ja, nicht so vieles. Oh, warte, dann wollen wir, wenn, dann nutzen wir das richtig. Einmal klatschen für Naruto. Einmal klatschen für Dragon Ball. Einmal klatschen für One Piece. Okay. Finde ich gut. Einmal klatschen für Simon Kretschmer. Alter. Finde ich sehr sympathisch. Ich finde One Piece auch das Beste. Ja, so gut. Hast du es denn gesehen jetzt mittlerweile, die Staffel? Ich habe die schon längst gesehen. Das ist geil, oder? Das ist doch nicht die Staffel. Ich bin noch nicht... Es ist One Piece. Trotzdem. Aber du kennst es doch. Ja, aber ich will jetzt nicht... Ich habe mit meinem Sohn angefangen, Dragon Ball zu gucken, die Zeichentrick-Serie. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr da in dem Stoff drin seid. Ach, das A, also Dragon Ball, nicht Z. Nee, noch das erste Dragon Ball. Geil, das habe ich geliebt. Und dem fällt der Schwanz ab in der achten Folge oder so. Ja, danke. Jetzt muss ich es auch nicht mehr gucken. Also der nicht der... Dem fällt sein, der... Ich wusste das gar nicht. Der hat am Anfang ein Schwänzchen hinten. Ja. Ja? Ist doch diese Affenkönig-Geschichte. Aber dann fällt er ihm ab, bevor er... Also der kriegt den weg. Ja, so ist das halt. Das ist wie die Promotion, ist quasi... Der wird promotet, man muss dann... Ist doch nett. Aber das ist wie bei den Jedis, wenn du da diesen Apprentice... Den Zemp, den Adavan-Zopf. Wenn wir das auch hätten, wenn wir alle mit der Pubertät diesen Schwanz hinten verlieren würden, würdet ihr den aufheben? Ja. Also das ist eine solide Frage. Natürlich. Also ich würde mit so einem Schal oder so was draus machen, oder? Und das Kopfkissen legen und hoffen, dass die Schwanzwehr kommt. Die Schwanzwehr kommt. Die Schwanzwehr, oh Mann, Alter. Mama, wann kommt die Schwanzwehr? Die Schwanzwehr. Die kommt nur einmal. Die Schwanzwehr. Mama sagt, die kommt heute Abend zu mir. Was, ist das hier nicht ab 18, die Veranstaltung? Ich glaube, man kann Schwanzwehr sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum denn nicht? Ich habe überhaupt nichts Schlimmes gesagt. Sehr von Assoziationen. In euren Köpfen entstehen die schlimmen Sachen. Ja, ist gut. Das ist doch genau richtig, ey. Was erwarten wir von heute Abend? Wir werden hier direkt nach dieser Bühnen-Action rüberfahren. Und dann machen wir heute Abend nochmal Pen and Paper. Das war ganz geil gestern. Ja. Ja, das war nice. Ja, was erwartet ihr heute Abend? Sterben wir? Ich hoffe, dass wir uns weiter in Rätseln verlieren. Ich habe ein bisschen Angst, weil er hat gesagt, es fehlen noch vier Schlüssel für alle, die gestern nicht zugehoben haben. Gestern hatten wir Pen and Paper, Moritz Manner. Und es ist zweiteilig. Also gestern einen Abend, heute einen Abend. Und wir müssen sieben Schlüssel finden. Wir haben gestern drei Schlüssel gefunden. Und ich fand uns eigentlich gar nicht so schlecht. Wir waren ja sehr effizient. Nein, wir waren am Anfang sehr schlecht und dumm. Am Anfang, ja. Und dann hat Hauke gesagt, oh Gott, ich muss nach Japan und hat uns geholfen. Und jetzt denken wir so, wow, wir haben drei Schlüssel. Nee, aber wir haben für den ersten Schlüssel, da waren wir sehr dumm. Aber da war auch, da muss man ja auch erstmal reinkommen, die Atmosphäre und so weiter. Und dann, als wir überhaupt gecheckt haben, was die Aufgabe ist, finde ich gut. Da waren wir super schnell. Und Hauke hat uns geholfen. Nee, wir müssen heute wirklich mal mit Planen. Der Hauke wäre so überrascht, wenn wir den überfahren. Jeder macht alles richtig, keine diskutieren. Jeder nutzt seinen Skill. Die Würfel rollen, alles perfekt. Sagt das der 74-jährige Graf Mon, der gestern einfach einen Boxkampf angefangen hat? Mit einem Boxer? Ey, ich schwöre dir, in meinem Kopf hat das total Sinn ergeben, weil er das nämlich in seiner Jugend geübt hat schon. Er war früher einfach Kirmesboxer, war er eine Zeit lang sogar. Der hat das geübt, das Boxen. Ja, und beim Boxen kommt es auf die Technik an. Zeig nochmal deine Technik, ganz kurz. Es geht auch rückwärts, je nachdem. Aber das war es dann auch. Mehr geht leider nicht. Früher haben die echt anders geboxt. Also der Faustkampf hat sich ja erstaunlich entwickelt. Weil früher, wenn man mal so alte Bilder anguckt, die haben alle so gekämpft. Und heute machen die das nicht mehr. Und dann haben die einfach nur gewechselt. Ja. Und wenn die es falsch gemacht haben, haben die sich selbst gehauen. Ganz viele Knockouts, Self-Knockouts. Self-Knockouts, ja. Wusstet ihr das früher beim Boxen? Da haben die erstmal ohne Handschuhe gekämpft, das war alles Bärnackel. Und dann haben die einfach ewig gekämpft. Also so 70 Runden. Bis halt einer einfach umgefallen ist und vermutlich gestorben ist. Und heutzutage die Boxer, die sich alle so, ich bin mega hart, 12 Runden, so Plüschhandschuhe an und so. 70 Runden. Ja, die haben einfach nicht aufgehört. War ich ja, ja. Und die hatten auch keinen Stuhl, wo sie sich hingesetzt haben und jemand hat ihnen so Luft zugefächert oder so. Die mussten zwischendurch noch Feldarbeit machen. Die haben 70 Runden im Rücken gestanden und gekämpft. In den Ringpausen haben die noch gepflügt und Häuser gebaut. Ja, das waren andere Zeiten. Ja, ist so. Heutzutage, wir sind so verweichlicht. Ja, wir kämpfen nur noch mit Papprohren. Es ist ja, ich sag's dir, so ein paar, stell's euch mal vor, wir kämpfen gegeneinander, wir alle haben diese Papprohrarme. Und wenn die, wenn die umgeknickt sind oder, oder abgebrochen, dann hast du verloren. Und dann kämpft wir gegeneinander. So pam, 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 ich könnte die von hier jetzt auf den Koffer und ich würde es so genießen. Ihr würdet es auch gut finden. Es tut ja nicht weh. Hat irgendwer Papprohre hier zufällig? Schickt uns mal welche. Heinrichstraße, Hamburg. Wie werden die verpackt? Wie so eine Matroschka müsste sein. Papprohre im Papprohre im Papprohre im Papprohre. Gleich verschiedene Armgrößen mit dabei, oder? Aber ich bin immer noch, ich komme nicht klar auf diese 70 Runden. Das zeigt einfach, wie sich die Zeiten verändert haben. Weil kennt ihr das nicht, so vom Streamen? Ich streame drei Stunden, ich zocke drei Stunden bald durchs Gate und danach bin ich erschöpft. Ich weiß, ja. Dann muss ich wie im Spiel eine lange Rast machen. Isst du auch 40 Würste dann? Ich esse 40 Würste. Manchmal trinke ich auch 40 Wein. So Tage braucht man manchmal. Da kriegt man ein Achievement für übrigens. Für was? Wenn du eine Rast bei Baldur's Gate, dann musst du ja Rationen essen für die Rast, damit alles wieder aufgefrischt wird. Und dann kannst du Maximum 40 Rationen nehmen und du kannst auch 40 alkoholische Getränke zu dir nehmen. Wenn du das machst, kriegst du ein Achievement. Ich finde, das sendet die falschen Signale. Was ist mit Crack? Gibt es wahrscheinlich auch, ganz ehrlich. Du musst erst das Rezept finden in dem Spiel. Das ist hundertprozentig auch. Ich gucke die ganze Zeit ins Publikum. Ich bin so ein bisschen, ihr macht mich ein bisschen nervös, Leute. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, agierend. Du musst sie nur als breiige Masse sehen. Du darfst sie nicht als Individuen sehen. Gibt es denn noch Fragen? Aber nur Klatsch aus dem Publikum. Da hinten. Die junge Dame freut sich schon. Haben wir eigentlich deine Frage beantwortet? Willst du was zu trinken? Nee, gar nicht. Eddie hat noch nicht beantwortet. Wir haben einfach überhaupt deine Frage gar nicht beantwortet. Auch so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ja. Er hat keinen Bock mehr, oder was? Er holt was zu trinken. Ach so. So, da vorne war eine Frage. Wer packt? Wer bestellt dich mal ganz kurz vor und dann schön laut, weil sonst hören wir dich nicht. Okay. Hallo, ich bin die Lea. Wie bitte? Lea? Ich bin die Lea, genau. Und meine Frage wäre, was war euer Lieblingsmoment so, of all time, bei Moralton Manor? Oh, Lieblingsmoment bei Moralton Manor. Haha! Also da gibt es ja immer so verschiedene lustige Sprüche. Also ich mochte natürlich, das ist jetzt aber auch sehr klischeehaft ausgenudelt, aber dieses, das sind die Armen, da musst du nicht lachen. Das fand ich sehr lustig, tatsächlich. Danke. Jetzt bist du dran. Ja, es ist gar nicht so leicht, so einen spezifischen Moment. Ich mag immer die Interaktion mit Hauke sehr gerne. Wenn Hauke actet und man nicht weiß, was kommt und man dann da so improvisieren muss und so in seiner Rolle stellt, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe da jetzt aber gar nicht so, weiß ich gar nicht, warum lachst du? Ich habe gar nicht so einen spezifischen, also sei ehrlich, du hast alles vergessen einfach. Ja, das stimmt natürlich, ich war ehrlich gesagt nichts mehr. Aber gestern das mit dem Angeln, das war so ein spontaner Einfall, weil Hauke hat das ja auch noch so gemacht, da ist der Schlüssel, der immer so irgendwie so fliegt. Da habe ich schon so Wellen-Assoziationen gehabt. Das sind so meine Gedanken über mein Blatt und dann so angeln. Angeln? Und das war so, das ist immer schön, wenn man das Gefühl hat, man kann mit seinem Charakter was Sinnvolles zum Abenteuer beitragen. Ich glaube, mein Favorite war, als du den Revolver gezogen hast. Tatsächlich. Ja, weil dein Charakter nur gehofft hat. Auch, aber wirklich, das war so, das hat ja tatsächlich Sinn gemacht, dass du so agierst, aber dann auch wirklich, doch nicht. Und dann wurdest du halt einfach angeschossen. Also das war wirklich relativ knapp. Also tatsächlich, ich glaube, Hauke hat dich auch am Leben gelassen. Also ich persönlich glaube, eigentlich hat er gewürfelt und du wärst auch echt hops gegangen. Das Ding ist, der Hauke hat natürlich schon vor, uns am Leben zu lassen, aber wenn es so etwas gäbe wie einen kritischen Misserfolg. Ja, oder eine sehr dumme Entscheidung. Ja, genau, aber so, er kann immer gezwungen sein, dass jemand sterben muss. Weil irgendwo muss er, er kann die Regeln auch nur biegen und nicht brechen. Das finde ich dann eigentlich schön. Man sieht immer so, wie er hadert mit der Bösartigkeit in ihm, aber auch der Notwendigkeit, dass wir alle weiterspielen müssen. Es ist übrigens sehr schön, dass wir gestern angefangen haben zu spielen und der allererste Würfelwurf von Nils war die 3er-Null. Ein kritischer Misserfolg. 3er-Null. Das muss man auch erst mal schaffen. Ja, na gut, das hast du ja privat auch schon geschafft. Ja, absolut. Das begann mit der Gebräumteste, du mich, vor so vielen Leuten. Ich stelle das nicht. Ich bin immer das Opfer hier, ich kriege alles ab. Habe ich deine Frage gut beantwortet? Danke, Lea. Aber was ist denn dein Lieblingsmoment? Ja. Aha. Aha. Ja, aber gut, finde ich gut. Was hier passiert, wer von euch spielt denn selber Pen & Paper oder Rollenspiele? Oh, krass. Oh, krass. Wie heftig, supergeil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer von euch ist Spielleiterin oder Spielleiter? Ach, was? Öh. Nur weil ihr unglaublich krasse Gehirnkapazitäten habt. Das ist ja wirklich. Da haben wir ja im letzten Almost Daily tatsächlich drüber gesprochen, über was wäre, wenn wir selber ein Spiel leiten. Sehr viel positiven Zuspruch bekommen dazu. Also auch von Leuten, die uns ermutigt haben zu sagen, wir sollen das mal versuchen. Das haben die Leute in den letzten 20 Jahren sehr häufig gemacht und wir haben noch nie auf diese Leute gehört, egal um was es ging. Ja, damit fangen wir gar nicht erst an, dass wir auf die Leute hören. Es wäre schon echt interessant, also wirklich, selber Spielleitungen zu machen, das doch schockt schon, glaube ich. Müssen wir uns nur entscheiden, welches halt. Nö, müssen wir nicht. Der Spielleiter entscheidet. Jeder kann sein eigenes machen. Aber geht das auch ohne Vorbereitung? Nein. Ja, alles. Kannst du dir mal fragen, die Leute. Wer von euch bereitet sich vor? Siehst du, niemand. Keine Hand. Die meisten bereiten sich tatsächlich nicht vor, ja. Habt ihr in der Schule euch vorbereitet auf den Unterricht? Nein. Als ich wirklich musste, als ich fast kleben geblieben wäre. Als ich in die Nachprüfung musste. Voll uncool, Budi. Dankeschön. Loser. Ja. Ich habe tatsächlich nie irgendwas gemacht, was nicht cool ist und auch nicht zum Nachahmen animieren soll. Es war dumm. Aber ich habe dann zum Abi so mir gedacht, scheiße, da hatten wir so ein paar Wochen Zeit, um uns vorzubereiten und dann habe ich so rumgelungert und dachte, fuck, du hast ja schon auch Bock, jetzt dann doch einen Abschluss zu machen. Dann habe ich die Bücher gelesen. Ich hatte Prüfungsfach Bio und Geschichte und so. Dann habe ich beim Lesen gemerkt, fuck, das ist ja eins zu eins das ganze Jahr nur am Buch entlang. Und ich hätte ja einfach nur vor jeder Stunde zwei Seiten lesen müssen. Dann hätte ich mich gemeldet und gesagt, ja, die semipermeable Membran, da diffundiert das durch und oh geil. Das ist das gemeint, dass sie einem das nicht vorher sagen. Das sagen die einem nicht. Und in der Schule gab es immer Leute, die haben das gemacht. Und die waren halt wesentlich klüger als ich. Und man hat es nicht gecheckt, da gab es dann irgendwie die eine Schülerin, die immer alles wusste. Ja, woher weiß ich was? Wie hat das Buch gelesen? Aber das ist schon mal der erste Intelligenztest der Kinder. Die Smarteren, die checken das. Aber die sagen es einem nicht. Ich gebe immer den Tipp, wenn du die Hausaufgaben machst, weißt du mehr Bescheid im Unterricht. Das hat mir nie jemand gesagt. Nee, mehr auch nicht. Und das ist halt, einige sagen immer so, ja, ihr habt euch das so leicht gemacht und du hast dich da so durchgewieselt und dich da rausgeschnackt und so. Das ist viel anstrengender als zwei Seiten, ein Buch zu lesen. Also was ich aufgewendet habe, wie oft habe ich am Morgen oder am Abend vor Abgabefrist noch, ich habe teilweise, musste ja früher die Mappen abgeben, wo man dann, das ganze Schuljahr, dann musste man ja mitarbeiten und dann musste man die Mappen abgeben. Und ich habe regelmäßig am Tag, am Abend, bevor ich es am nächsten Morgen abgeben musste, das komplette Schuljahr neu. Was für ein dummer Stress. Es ist so viel anstrengender als einfach, das von vornherein mal so kurz zu machen. Die Arbeit, die man in einen Spickzettel steckt. Ich habe teilweise so Spickzettel geschrieben und auf Schriftgröße irgendwie sechs runter skaliert, dann ausgeschnitten, dann aufs Lineal geklebt und so. Es hat insgesamt drei Stunden gedauert. Ich hätte die zehn Vokabeln in einer halben Stunde lernen können. Ja. Das ist einfach nicht effizient. Ich habe immer auch alle möglichen Spickzettel, aber ich habe sie nie benutzt, aber es gibt dir halt eine Sicherheit, wenn du sie hast. Aber auch, anstatt es einfach zu lernen. Hast du das auch dem Lehrer so gesagt? Zwingen Sie mich nicht, meine Spicker zu benutzen. Nee, und schatz, ich bin so jemand, die Hände würden dann schon so zittern. Ich würde schweißrot, wenn ich nur versuche, am Mäppchen irgendwie unten zu lesen. Es würde, ich könnte es nicht. Es würde nicht klappen. Ich war ziemlich gut in Counter-Strike in der Zeit. Hast den Lehrer immer fertig gemacht drin. Was ist dann passiert? Hä? Nichts. Ah. Du bist immer zwischen A und B, aber bist nie zum I gekommen. Einer hat es gerafft. War das ein guter Diss? Ja, drei, vier. Komm mal her. Das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Ich habe es ja nicht verstanden. Ich denke noch darüber nach kurz. Ich versuche es wegzumachen. Ich nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es aufgegeben. Ich habe resigniert auch. Das ist okay mit mir. A und B und I. Gut, habe ich nicht gerafft. Eure Reaktion würde sich nicht ändern, wenn ihr es verstanden hättet. Von daher ist das auch egal. Überhaupt nicht. Ja, das stimmt aber. Überhaupt nicht, ja. Wir machen diesen Scheiß schon ganz schön lang, ne? Ich habe 20-Jähriges. Zu lang. Ja. Im November haben wir beide 20-Jähriges. Was, Abi? Nee. Ich höre eh nur die Hälfte, ey. Medienquatsch. Wir beide im November haben wir 20-Jähriges offiziell. Jetzt. Ja, das stimmt. Budi und ich haben zusammen angefangen, damals bei Giga. Ja, und das Erste, was du gemacht hast, ist, du hast mir eine Cola ausgegeben. Nice. Da stand so ein Cola-Automat im Container. Und der war mehr wert als alles andere im Container. Ja. Und dann hast du mir für zwei Mark eine Cola ausgegeben. Da dachte ich, okay, das ist ein netter Typ. Das war ein guter Typ, der Budi. Ja. Und das bist du, guck mal, ist das eigentlich kalkuliert gewesen? Weil bis heute hat das ja mein Verhältnis zu dir geprägt. Ja. Nee, das war nicht kalkuliert. Ich bin mir nicht sicher so. Ist das kalkulierte Philanthropie? Nee, kalkuliert mit absolut sicher nicht. Ob es das Philanthropie ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir beide richtig nervös waren. Nee, ich war nicht nervös. Doch, ja, auf deine Art und Weise warst du nervös auf jeden Fall. Ich war noch nervös. Oh, ey, auf jeden Fall. Weißt du, wie mir der Nils vorgestellt wurde? Also bevor er angefangen hat, kam der stellvertretende Produktionsleiter. Und er hat gesagt, ja, wir haben einen neuen Moderator für euch für Giga Games. Das wird der neue Johannes B. Kerner. Jetzt ernsthaft? Das wusste ich nicht. Das hatte er recht oder hat er nicht recht? Was möchtest du, dass er recht hat oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber man muss sagen, damals, also vor 20 Jahren, war das schon als Kompliment gemeint, weil da Johannes B. Kerner schon als der Deutsche, da hat er seine Show gehabt und so. Und da galt er schon als der Number One-Interviewer. Also es war damals nicht als Spott oder so gemeint, es war schon. Und ich habe das auch verstanden, weil du kannst dich ja sehr hochdeutsch und gut ausdrücken. Und das war ja auch was, was man Johannes B. Kerner immer attestiert hat, dass der sich so gewählt ausdrückt. Ja, du bist immer artikulativ. Hattet ihr nicht eine Torschung? A nach B und zum I gekommen. Oh. Ich habe kurz gedacht, aber ich vergesse. Hast du darüber nachgedacht jetzt? Ja, aber es hat nichts gebracht. Achso, ich dachte gerade. Welchen Job, welche Fernsehsendung würdet ihr jetzt noch moderieren wollen? Kennt ihr noch Fernsehsendungen? Ja, 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 irgendein Reise-Ding, irgendeine Reise-Sendung. Irgendwohin und klar, das ist doch geil. Nur Reisen. Du musst jetzt schon eine Sendung sagen. Ja, Reisen mit Simon. Ja, ja, ich weiß wirklich, wie die heißen. Sonne, Bär und Meer. Kennt ihr Checker Tobi? Klar. Kennt ihr noch Checker Tobi? Ihr habt alle keine Kinder. Wie, jetzt kennt ihr noch Checker Tobi? Das ist ganz aktuell. Checker Julian? Checker Julian ist der Neue. Checker Tobi, das ist so, das gucken die Kids die ganze Zeit. Das ist so Tobi, der verschiedene Sachen abcheckt. Also zum Beispiel, wie funktioniert Tauchen? Und dann geht er ins Schwimmbad und erklärt, was Tauchen ist und wie es funktioniert. Oder wie funktionieren Magier oder alle möglichen Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil der dann alle möglichen Sachen so ausprobiert. Und da will ich ganz kurz, weil das, ich denke mir nämlich jedes Mal, nee. Ich gucke den nämlich auch, der ist super, der Typ. Der hat jetzt auch einen neuen Kinofilm. Ja. Für die Kinder, da kannst du mal in den Kids mal reingehen. Und der Typ ist absolut super. Zweitbeste Kinderfernsehmoderator, den ich je irgendwo gesehen habe. Und, aber jedes Mal, wenn ich das sehe und ich denke so, fuck, das ist auch echt viel Arbeit. Weil der fährt irgendwo hin, irgendwo in Deutschland, dann hat der richtig lange Drehtragen. Das reicht schon, das reicht. Der muss immer gut, der muss immer gut gelaunt sein. Dann denke ich mir die ganze Zeit, okay, fuck, was der alles, also was der da auch machen muss. Und wie viele Takes der hat. Und dann immer gut gelaunt. Und dann diese ganze Interaktion mit so vielen Leuten und den Kindern. Das ist ein verdammten Anstrengung. Und ich glaube, dass der, wenn der nach Hause kommt, macht der die Füße oben, macht sich eine Pulle Bier auf. Und Checker Tobi trinkt nicht, Nils. Aber das ist auch, das ist lustig, das ist so eine Berufskrankheit, die wir haben. Ich kann das auch nicht mehr. Ich gucke irgendwas, ich zum Beispiel hier, wie heißt das, Joko und Klaas um die Welt. Und dann denke ich auch immer so, alter Schwede, jetzt musst du ja nach Thailand reisen. Und dann möchtest du nachts tanzen. Wahrscheinlich geht der Flug morgens, da musst du nachts aufstehen. Und musst dann nachts durch die Security, da hatte ich schon kein Bock. Dann bist du ja in Thailand, da weißt du nicht, wie ist die Hygiene im Hotel. Eventuell hast du Glück, eventuell hast du Pech. Dann musst du aufstehen, musst du in irgendeinen Knast gehen. Weißt du auch wieder nicht, die sagen dir, ist es wirklich sicher. Dann müssen die das alles von zehn verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Du bewirbst dich gerade dafür, dass wir das mit dir machen, das weißt du schon. Nee. Weil wir sollten das machen. Ja, auf jeden Fall. Eddie und Nils. Duell gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Ersten Punkt gibt es schon mal, wenn ihr eure Wohnung verlasst. Da gibt es schon mal den ersten Punkt. Aha. Und dann irgendwo hinfliegen und so. Wir planen das, wir planen das. Ich stelle mir vor, wie dieser Anruf kommt, weil da kommt ja immer so irgendwie, Joko ruft Klaas und sagt, hoi, da habe ich eine Mission für dich oder so. Und dann, wenn dann Nils anruft, hallo Etienne, einfach so, oh nee, kein Bock. Klack. Zack, Sendung vorbei. Vorbei. Heute musst du nach Schweden reisen, um in einem Eisbecken zu tauchen. Ich so, ja genau, Bitch. Das würde einfach keine einzige Folge geben. Das ist wahr. Aber wenn man denkt automatisch an solche Sachen, auch bei Checker Tobi, da denke ich immer, Checker Tobi ist der netteste Mensch, den es gibt, wie alle Kindermoderatoren. Die müssen immer lächeln, die sind gut gelaunt. Der kommt da nicht grumpy-mäßig rein und sagt so, oh, fuck mich ab. So, sondern der ist ja so, so ist der drauf, die ganze Zeit. Und dann spielt, da gibt es eine Folge, geht Checker Tobi, geht Tischtennis testen. Was ist im Tischtennisverein? Kommt er da so hin, da ist so ein zwölfjähriger Kai. Der macht ihn einfach fertig, weil er seit zehn Jahren Tischtennis im Verein spielt. Und dann muss Tobi gute Miene zum bösen Spiel machen, weil ich weiß genau, Tobi ist abgefuckt. Dass er von Kai gerade fertig gemacht wurde im ZDF. Schläger ins Gesicht. Ja. Und dann muss er aber hingehen, ach, toll hast du das gemacht, Kai. Du bist ja richtig gut im Tischtennis. Ja. Das kenne ich nicht. Wenn die Kamera aus ist. Würde Kai verprügeln. Zack. Gibst du die Ringhand. Du wirst jetzt hätte ich so ein Real-Life-Bernders-Brot eigentlich. Wie bitte? So ein Real-Life-Bernders-Brot, aber in... Das ist... Ey, Bernders-Brot ist... Auch die Körperform langsam. Und ich weiß auch, wie wir dich nennen können. So eine ordentliche Kastenbrotform. Ja, Brady. Brady. Brady! Alter! Bäckerei... Du kannst ein Bäckerei-Franchise aufmachen. Ruf... Ist das nicht Tommy Krabbeis? Yes. Kennen wir doch, dann können wir doch direkt anrufen. Ready? Ready? Was für ein Brot wärst du? Ich hab ehrlich gesagt... Bernders-Brot gar nicht so oft gesehen. Ey, Bernders-Brot ist super. Aber ähm... Kann man sich dann Brot aussuchen, oder was? Naja, also... Das ist wie bei Checker Tobi zu Checker Julian. Es sollten schon andere Brotsorten irgendwann kommen. Okay, also was ist denn... Was ist denn Bernd für ein Brot? Der ist so ein Kastenbrot, oder? So ein gutes deutsches Bauernbrot. Aber halt kastenförmig. Münsterländer. Mit so einer... Diese... Aber ich sag... Ich sagte Schwarzbrot. Das ist ja auch so ein Ding... Ne, er ist eindeutig ein Baguette. Ihr wisst ein Baguette oder Croissant? Fettig, aufgedunsen. Nein, der Croissant ist aber lecker. Frauen mögen ihn. Passt gut zum Kaffee. Weiß ich nicht. Wir alle sind fettig und aufgedunsen. Du kommst da jetzt nicht mehr raus. Hör auf. Das ist Bodyshaming. Und das mögen wir hier nicht. Ich schäme mich. Shame. 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 So was sollte ich wieder reinkommen. So dieser Walk of Shame. Dieser wirklich echte Shame, wo einfach Leute schämen. Den brauchen wir. Den habe ich jeden Morgen im Badezimmer. Ne, so... Ja, okay. Mit Kindern ist es wahrscheinlich. Jetzt hat er wieder, da holt er sich mühsam raus aus diesem Loch und fällt direkt wieder rein. Hat irgendwer noch eine Frage oder möchte vielleicht Brotsorten nochmal uns empfehlen? Also ich denke tatsächlich über Brotsorten. Da vorne geht die Hand direkt hoch. Wie kann man so fett sein? Wie kann man sich so gehen lassen? Irgendwas in der Richtung? Rote Haare mit der Plüschbrücke. War das eine Meldung oder war das ein Hilferuf? Wört auf. Hi. Jackie mein Name. Hallo. Na Jackie. Habt ihr ein nächstes Pen & Paper geplant? Ein nächstes Pen & Paper? Ja, heute Abend, 1930. Ja, ich meine jetzt danach. Also irgendwie nachmordenden Männern. Ja, wir machen Cholesterin, heißt das. Was? Und da sitzen wir und essen. Und wer als letztes übrig ist, gewinnt. Das wird Budi sein. Mehr Simon wird gewinnen. Niemand kann mehr essen als Budi. Nee, Simon kann mehr essen. Ich hab gestern wirklich zugelangt. Wer von euch beiden kann mehr essen, wenn ihr zum Mann wahr geht? Ja, kommt auf die Zeit an. Also wie lange ihr da bleiben dürft. 100 pro Simon. Mein ganzes Geld auf Simon. Als Simon Geburtstag hatte, da waren alle eingeladen. Ich glaub, du nicht. Das waren wir Hotpot essen. Und Simon liebt Hotpot. Im Prinzip ist das wie so ein Fondue-Topf. Da kann man sich dann so eine Suppe aussuchen. Die wird dann da so brutzelig heiß gemacht. Und dann kann man die ganze Zeit in diesem Laden rumgehen und sich aus offenen Theken irgendwelche Ingredienzen holen. Fleisch, Fisch, Gemüse. Und brutzelt das dann in diesem Hotpot so ein bisschen Fondue-mäßig und fischt das da raus. Und Simon hatte fast alle eingeladen. Also, ich schildere dir mal kurz die Szenerie, weil du nicht da warst, aber da war quasi das ganze Restaurant voll von seinen besten Freunden, Verwandten. Alle waren da. Und alle waren irgendwann fertig und saßen da so. Und Simon alleine in der Ecke. Und hat nicht aufgehört zu essen. Und er ist ja nicht mehr dick oder so. Der ist ja, guck ihn dir an. Also, der ist ja gut durchtrainiert. Ich beug mich extra mal nach vorne. Ja, ich höre zu. Das ist ja leider. Du bist ja schon eine Maschine. Das muss man ja lassen. Ja, aber du hast auch Budi noch nicht essen gesehen. Doch, natürlich habe ich Budi essen gesehen. An seinem Geburtstag, wo seine besten Freunde waren. Ich glaube, Budi noch nicht essen sehen. Budi kann aber sehr gut kochen. Das ist der Unterschied. Budi kann sehr gut kochen. Sehr gut kochen. Dankeschön. Ja, das muss man sagen. Immer, wir haben ja bald wieder einen Weekender. Machst du da wieder Schnitzel für uns? Ja, ich mache einen. Alter, du hast so viel Schnitzel gemacht am letzten Tag, dass wir was mit nach Hause nehmen mussten. Ja, das war dumm. Also, weil wir gierig waren. Nee, das war geil. Das war so geil. Das war wirklich so ein Türen Schnitzel. Ich kam morgens so aus dem Bett geschlurft, so von dem Duft von Kaffee die Treppe runtergelockt. Ihr kennt das ja noch von diesen alten Tom-and-Jerry-Comics, wenn so dieser Duft in die Nase kommt und dann schweben die dann so aus dem Ursprung. So kam ich in die Küche und ich dachte schon, dieser Kaffee, irgendwas ist da noch drin. Was ist das? Während ich so runterschwebe. Und dann mache ich die Küche auf, steht da Budi und er hat schon so 30 Schnitzel morgens um neun auf so einem Teller gestapelt und steht da und kloppt mit so einem Hammer auf so helles Fleisch. Achso, ich dachte schon auf Schweine. Und dreht sich wie bei Resident Evil, dreht sich so langsam um. Ja, guten Morgen. Und kloppt so diese Schnitzel. So ein Metzger. Morgens schleift er die Schleifte. Ja, ey, die Gier war wieder zu groß. Wir haben einfach eingekauft und das Fleisch war halt da und das wurde halt schlecht und deswegen haben wir es weggemacht. Aber es ist doch gut, dass jeder von uns irgendwie was mitbringt. Du bist durchtrainiert, du kannst kochen, du bist lustig, ich bin sympathisch. Ja, ist gut. Der perfekte Mix. Aber da war jetzt ja kein Gag dabei. Ist gut, ist gut. Ferdin' Paper übrigens haben wir kein aktuelles geplant. Ach so, ja, da war ja eine Frage, ne? Ah ja. Ich habe gedacht, ich lasse mal ausreden so, aber dankeschön. Aber in den Kommentaren stand ganz oft, und das fand ich ganz cool, Multiversum. Ja, dieses Sliders, was wir im letzten Moment besprochen haben. Sliders, war schön, ja. Mal gucken. Also es ist tatsächlich offen. Also es ist offen und wir haben ja verschiedene Rollenspielleiter bei uns im Umkreis und im Team auch. Mal gucken. Also wir können Sliders so machen. Ich habe eine Idee. Aber wir machen so eine Tabelle. Ich schreibe einfach ganz viele Sachen auf, die mir einfallen. Und dann jedes Mal, wenn ihr durchs Portal geht, würfel ich. Weil ich bin der Spielleiter dann. Und dann gibt es eine Kombination an Sachen. Also Aliens mit KI. Mit KI. Oh. Zombies? Ganz viel Tyrannosauriern. Hungrigen Tyrannosauriern, die 2K mal schneller laufen können als ein Mensch. Und dann wird das durch jedes Mal, wenn es durchs Portal geht, wird sozusagen neu gewürfelt. Was in dieser Dimension ist? Ich würde gerne so einen One-on-One-Zombie-Pen-and-Paper mit dir spielen, wo du aus deiner alten Wohnung versuchst rauszukommen. Ah. Und ich dir einfach ein Zombie nach dem anderen irgendwie. Und du hast die Chance. Du kannst es ja, die Würfel, wenn die Würfel dir holen sind. Hab ich Glück. Aber du hast da raus und da hast keine Gnade zu erwarten von mir. Mal gucken, wie weiter kommst. Das ist doch super, das ist dann schnell vorbei. Ich hätte mal Bock bei so einem Lab, so einem Zombie-Lab. Oh ja, da, ja. Das, was Gunnar mal gemacht hat. Ja. Ja. Aber dann so richtig in der Nacht und dann so. Ja, wo du richtig angegriffen wirst und dich verteidigen musst nachts. Das würde ich gerne mal machen, ja. Ja, mit so Papprohren vielleicht. Wie bitte? Mit Papprohren. Ja, aber ich glaube, da sind nicht so was machen die da. Die Conquest, da habe ich so oft von gehört, das ist die größte Lab-Veranstaltung irgendwie. Da waren 10.000 Leute. Wer von euch war zufällig auf der Conquest? Einmal kurz nachgefragt, scheinbar niemand. Keiner, das kennt dann keiner. Ganz da oben. Da oben, da oben, zwei, drei. Du hast hier auch nicht getogen. Ah, es sind schon vier, fünf. Okay, es sind doch mehr als gedacht. Also das stelle ich mir auch abgefroren vor. 10.000 Leute, riesen Areal, über knapp eine Woche einfach wirklich Live-Action-Rollplay. Da bist du vorbereitet. Wenn du das gemacht hast, bist du für die Endzeit, zumindest für die erste Woche, vorbereitet. Ja, besser als nicht. Ja, da zocke ich lieber Rust. Ist auch gut. Als Vorbereitung. Und du musst dich nicht bewegen. Videospiele bereiten einen gut aufs Leben vor. Ja, zum Beispiel? Katamari. Gut. Machst du mal fetter? Aber das ist viel zu glücklich für das Leben eigentlich. Rollst gemütlich durchs Leben, ist doch cool. Ja, ist schön, ja. Wir stellen euch nochmal die Frage, wenn ihr Fragen habt, macht euch Gedanken gerne. Da, 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 sind einige Fragen. Ja, was geht, was geht, was geht. Vedro, weiß es nicht. Also der Herr, guck mal, der Herr mit diesem roten Schlüsselmann, der hat eben schon, den habe ich schon gesehen, weil ich dachte, ihr meintet, aber der, wobei er sich schon die ganze Zeit so beharrlich und der sieht auch so freundlich aus. Ich glaube, jetzt kommt was Nettes, irgend sowas. Hey, warum seid ihr so cool? Ja, er wahrscheinlich nicht. Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. Du kannst es lange nicht verstanden, aber es ist eine gute Beleidigung, glaube ich. Was geht, wie ist dein Name? Mein Name ist Mike und meine Frage an euch ist, was war für euch der witzigste Ausraster, den ihr jemals hattet? Der witzigste Ausraster? Ja. Der witzigste Ausraster? Also den wir selber hatten? Ja. Ich bin beim Leben noch nie ausgerastet. Dann fange ich mal an. Bei mir war das so wild, als bei Genichiro, glaube ich, der Controller keine Batterie mehr hatte. Oh Gott. Aber Moment, wir haben so lange gegen diesen Dude gekämpft, dann hast du endlich sein Muster und hast es nach vielen Versuchen endlich geschafft, bis kurz vorm Ende. Und dann siehst du schon die ganze Zeit, wie dieses Controllerzeichen kommt. Und dann natürlich, ja. Und dann ist er in der allerletzten Ausraster. Da geht es um den eigenen Ausraster oder der witzigste Ausraster? Ich habe es so verstanden, der witzigste eigene Ausraster. Weil man findet ja in der Regel die eigenen Ausraster nicht witzig, weil man ist ja sauer. Ja, ich überlege auch gerade. Es gibt ja so, wo du schon währenddessen dich über dich selbst schon wieder kaputt lachst. Nee? Du guckst dir selbst dabei zu, wie du selbst dich wie ein Idiot verhältst. Jedes Mal, wenn ich mir alte Ausraster von mir angucke, denke ich, ja, da hat er einen Punkt. Ja, und davon halt der witzigste. Also, schwer zu beantworten für dich. Ich finde, also du, alles, was so diese Richtung, wir hatten ja mal in der ersten Demon's Souls Staffel noch so einen Boxsack aufgehängt und so. Also du bist da wirklich teilweise richtig an die mentale Belastungsgrenze gekommen. Ja, ich habe den Fehler gemacht bei dem Boxsack. Man darf die ja gar nicht benutzen ohne Handschuhe oder abgebundene Dinge, weil man sich sonst die Gelenke brechen kann. Und ich habe mir einmal beim Draufhauen gemerkt, oh fuck, wenn jetzt da Hertha draufgehauen hätte, es hätte hier wahrscheinlich irgendwie was gebrochen. Zum Glück bist du nicht so stark. Deswegen, es war mehr so, es waren Streicheln. Ja. Aber das kann ich nur jedem raten. Man braucht Handschuhe. Nicht einfach so auf so, weil man hat so den Impuls, ja geil, ich kenne die Filme, ich hau dagegen, sollte man lassen. Aber der prägendste Ausraster ist meiner Meinung nach immer noch der Halo Beef Ausraster. Welcher? Halo Beef. Halo? Ich war mir gerade nicht sicher, ob du so trugst. Halo Beef erinnere ich mich nicht. Dass da, als dein Joypad kaputt ging, sollen wir es nochmal erklären? Ohne Grund. Völlig ohne Grund. Ohne Grund. Und du lagst mit 15 Fracks hinten. Das ist auch nicht wahr. Es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr. Und du hast es gemeint, wir müssen die Runde nochmal von vorne starten. Aber, ja. Weil dein Joypad nicht mehr ging, nachdem du es vor Wut auf den Boden geschmettert hast. Ey, das ganze Match. Da sind diese Gebäude und ihr seid raus und Budi hat euch immer abgestaubt. Ich habe immer reingeballert. Ihr habt euch da nicht fair verhalten. Ihr hättet mich auch einfach mal. Das tut mir immer noch weh. Es tut dir wirklich weh. Weil, das war mein Spiel. Und da bekomme ich keinen Controller. Ich bin auch noch selbst schuld. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht fair. Vor allem bei der Sendung. Es gab ja dann noch ein anderes Joypad, wo du das Spiel in die Elbe werfen wolltest. Erinnert mich an den Sketch? Und, aber wo du wirklich, also wir mussten dich ja wirklich zurückhalten. Du bist ja wirklich fast reingesprungen. Du wolltest das eigentlich. Wir mussten dich wirklich mit voller Kampel zurückziehen. Ich wollte euch mit reinziehen. Ja, hast du zum Glück nicht geschaffen, Mann. Hey, Alter. Ein gemeinsamer Ausreißer, den wir hatten, war Getting Over It. Könnt ihr euch sagen? Oh, wie geil war das, ja. Wir haben Getting Over It mehr oder weniger in den Duos gegeneinander gespielt. Und das war einfach, irgendwann sind wir verzweifelt. Oh, ich hasse solche Spiele. Das ist super. Also, redet bitte nur über euch, weil mein Team hat gewonnen. Ja, warst du bei mir im Team? Ob ich was war? Ich glaube, wir beide haben zusammen gespielt und ihr beide. Nee, wir haben das, ach, du, du meinst im Team, ne? Ja, stimmt. Getting Over It? Ja. Das war doch so, da haben wir den Tisch gegen Werne. Wir hatten so ein Stück weiter oben, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wir wissen, wir lagen, wir lagen, wir lagen. Ja, man vergisst so die richtig schlimmen Niederlagen, verdrängt man. Aber ich erinnere mich an Bulli, ist ja eh so jemand, der nicht zum Ausrasten neigt. Aber manchmal, dann merkt man so, da zuckt so das Augenlid und wo ich weiß, was kommt. Und hier hatte ich dann eine Situation, auch bei Beef, da hast du so eine Kaffeetasse umgetreten. Und das fand ich richtig scheiße von dir. Ja. Weil das war eine gute Kaffeetasse. Ja. Und die hatte das nicht verdient. Nee, ihr hättet diese Wucht verdient, auf jeden Fall. Die Kaffeetasse hat es abgekriegt. Am Ende war ich sogar ein bisschen traurig, dass sie nur in, dass sie nicht, dass sie nur so partiell zersplittert ist. Ja, da war ich wirklich pisst. Das war, das war, ich glaube, das war auch so mein einziger richtiger Ausraster sozusagen. Ah. Ja, on cam, sag ich mal. So. Ja, on cam. Der Rest ist halt das Schnitzel machen halt, ne? Pst, pst. Ja, das ist das. Also ich weiß noch, als ich gewonnen habe in einer der Beefrunden. Was? Als ich eine Staffel gewonnen habe und ihr trotzdem meine ganze Siegeszeremonie über euch nur gestritten habt, wer von euch jetzt irgendwie der Bessere war in der letzten Runde. Und ich überhaupt, niemand hat mich gefeiert, ich habe auch kein Fleisch bekommen. Nix von alledem. Am Ende war er ganz alleine da und hat mir irgendwie gratuliert. Klaas hat mich verletzt. Ja, ich habe auch nie mein Fleisch bekommen. Ich habe irgendwie so einen zähen Lappen gekriegt. Ja, das war, nie war das Fleisch gut, oder? Nee. Ich habe auch kein Fleisch. Habe ich Fleisch gekriegt? Du hast ja auch nie gewonnen. Was? Bullshit. Zweite Staffel habe ich gewonnen. Die zählten. Ja. Die haben wir nicht wirklich aufgenommen. Die waren nur, damit du dich gut fühlst. Die waren nur für dich. Das war inszeniert. Da haben wir uns zusammengesetzt auf Buddis Geburtstag, wo du nicht warst. Und da haben wir gesagt, ey, wir müssen dem Eddie mal was Gutes tun. Der ist in letzter Zeit so oft traurig. Wieso bist du so gemein? Traurig. Das ist wirklich so. Ich bin der Einzige, der euch Sachen zum Geburtstag schenkt und nie eingeladen werde. Ja, wir laden dich nächstes Mal dann. Wir machen noch mal ein eigenes Fest. Nein, Nils. Du kriegst seit zehn Jahren die elf Freunde nach Hause geliebt. Ja, ich weiß. Aber auch nur, weil ich zu faul bin, das Geschenk. Exakt. Aber ich sage, ich rufe. Keiner Tipp, schenkt niemals Abos. Das ist eine richtig dumme Idee. Niemals Abos verschickt. Ja, das ist auch so. Also im Twitch-Stream schon. Aber ich meine in echt so Zeitschriften-Abos. Wer von euch ist faul? Wer von euch ist fleißig? Wem ist die Frage egal? Ja, ich finde, man weiß schon, faule Menschen wissen schon, dass sie faul sind. Ja, aber wer auf die Frage, wer ist faul mit wuuu antwortet, dem glaube ich nicht. Das ist schon nicht so wichtig. Aber Moment, was ist denn, definieren wir erst mal faul? Ja, naja, das ist ja erst mal die Frage, was genau bedeutet faul? Das ist ja für jeden auch ein bisschen was anderes. Würdet ihr zum Beispiel sagen, es ist faul, folgendes Szenario. Ihr sitzt auf dem Sofa, da ist der Fernseher und hier ist eine Tüte Chips. Und ihr versucht die mit dem Fuß, völlig legit, ihr versucht die mit dem Fuß so zu euch zu holen. Das ist nicht faul. Weil diese Bewegung hier zu anstrengend ist. Das ist nicht faul. Ich bin im Laufe der Jahre tatsächlich sehr gut drin geworden, Dinge auch mit dem Zeh so zu greifen. Ja. Weil es gibt ja Leute, die leider in der Mannung von Arm dazu gezwungen sind, dann auch mit den Füßen irgendwie besonderes Talent zu entwickeln, Dinge des Alltags zu erledigen. Ich kann das auch. Ich kann sehr gut Dinge mit so aufheben und mir die dann so selber zustecken. Auch so nebenbei. So, wenn ich irgendwas mache, geht so automatisiert, greift mein Zeh nach Kleidung, die auf dem Boden liegt oder so und gibt mir das dann so. Aber ich muss da nicht mehr hingucken. Das ist faul. Ich hatte gestern eine Situation, ich saß auf dem Sofa und wollte auf meinem Laptop einen Film gucken. Und der Laptop war ungefähr da. Und dann denkst du, jetzt könnte ich eigentlich noch einen Film gucken. Und dann habe ich das Rennen hier rausgeguckt und habe gesagt, Instagram ist auch fein. Nein, aber die Antwort ist doch beides. Film gucken und nebenbei. Ja, aber ich habe auch schon gesehen, der war nicht eingestöpselt. Da habe ich vermutet, dass der wahrscheinlich leer ist. Und dann dachte ich, oh nee, dann muss ich das Stromkabel suchen, einstöpseln, komm, Instastories. Was geht ab auf der... Auf der anderen Seite gehst du ja analytisch durch, welche Arbeitsschritte du machen müsstest, um es zu machen. Und das wiederum ist dann ja nicht faul. Nee, aber das ist nämlich genau das Merkmal von faulen Menschen. Dieser ständige Versuch, Unbequemlichkeiten zu vermeiden, Strategien zu entwickeln, wie man eben faul durchs Leben kommen kann. Und deswegen sind ja auch oft faule Menschen super effizient, weil sie eben die ganze Zeit dieses Mindset haben, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand zum Ziel kommen. Und das kann dir dann wiederum auch helfen. Und oftmals sind es dann die fleißigen Menschen, die uns faulen im Wege stehen, weil sie einfach ständig irgendwas machen wollen. Also alle fleißigen, die gerade die Hand hochgehoben haben. Nein, also die fleißigen Leute ruinieren unser Land. Das muss man einfach mal sagen. So. Weil ihr ständig irgendwas machen müsst und so. Immer machen, ne? Ja. Immer muss man machen, ne? In der Schule musste ich mal, ich war, ich hab kurz die Schule in der Oberstufe gewechselt, bin zurückgewechselt. In der Heimann. Hab da Geishi Leistung genommen, jetzt hör zu. Und dann hab ich Geishi Leistung und dann hat der Lehrer, weil dann schon vier Wochen Unterricht verstrichen war, hat er gesagt, du kannst in meine Klasse kommen, aber ich möchte, dass die vier Wochen, die jetzt alle hier Hausaufgaben und Sachen gemacht haben, musst du irgendwie aufholen. Und hat mir ein Buch gegeben, was ich lesen sollte. Ich weiß, wie die Geschichte aussieht. Ja, und eine Zusammenfassung schreiben. Und ich so, oh mein Gott. Warte mal, du musstest eine Zusammenfassung schreiben? Von dem Buch. Also du musstest das nicht nur lesen, sondern auch noch... Eine Zusammenfassung. Das ist ja eine Schweinerweite. Kein Problem, ich bin zu meinem Kumpel Kolja gegangen und es ging irgendwie um Mittelalter, es war stinklangweilig, irgendwas, die Bauern im 16. Jahrhundert, was die geerntet haben, bla. Und dann bin ich zu meinem guten Freund Kolja gegangen und gesagt, Kolja, ist doch ein Thema, was dich so interessiert, oder? Und Kolja, ja, wieso? Guck mal, ich habe da dieses Buch. Und dann habe ich ihm das Buch gegeben und habe gesagt, sag mal, jetzt bin ich ja wieder hier in der Klasse und so und würdest du mir eine Zusammenfassung dafür schreiben? So reichen zwei DIN A4 Seiten. Ja, müsste ich das ja erst noch lesen. Ich so, ja, aber du liest doch schnell. Alter, und der Typ hat das gemacht? Aber, ich muss sagen, er hat eine Drei gekriegt, da war ich ein bisschen pisst. Alter, zu Recht. Habe ich gesagt, Kolja, was kannst du besser? Wenn du Ja sagst, dann mach es auch richtig. Aber es ist eine True Story. Er hat wirklich für mich dieses Buch gelesen und eine Zusammenfassung geschrieben. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe das auch für jemanden gemacht, ja. Aber ich habe das wirklich gemacht, ja. Ich war mal der Kolja. Nee. Du hast für jemand anderen was gemacht? Ja, das ist irgendwie was anderes, wenn man das für andere macht, als für sich selbst, glaube ich. Und jedenfalls, das war, also, jetzt wo du das erzählst, fühle ich mich auch echt schlecht. Weil der hat, das war auch ein Freund von mir zu der Zeit, der war nicht lange von mir ein Freund, aber der musste eine Facharbeit schreiben. Und das ging um irgendwas, ich weiß nicht mehr, irgendein Gewässer, Shit. Und ich war eigentlich, ich glaube, der war ein bisschen jünger als ich, ich war, glaube ich, schon aus der Schule raus. Und er war im Abi-Jahrgang und musste dann eine Facharbeit schreiben. Das war echt viel Arbeit. Und er hat mich irgendwie um die Finger gewickelt. Dann habe ich das für ihn gemacht. Und dann habe ich aber, pass auf, ich habe, das glaubt dir niemand jetzt. Und der hat mir sogar noch so eine Urkunde, dann so eine eingeschweißte, die gibt's, die liegt doch bei meinen Eltern rum, weil der die so eingeschweißt hat. Da hat er irgendwie so ein Foto von mir rauf gemacht und dann irgendwas so mit hier. Was hast du davon gehabt? Nix. Das ist so ein Bullshit. Die so, ich bring die nächste Mal mit, ich die jetzt bei meinen Eltern rum. Wie hat er es geschafft? Ihr kennt die auch, jetzt lasst mich hier nicht hängen. Ihr glaubt ihm doch nicht, dass der einfach für jemand die Hausaufgaben macht, ohne was davon zu haben. Aber ich habe auch irgendwie nur eine 3 gekriegt dafür. Also ich, also er. Und da war er auch schon so ein bisschen so, ja, da hätte ich eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet. Was hat er zu dir gesagt? Ich möchte es für alle Zukunft wissen. Wie hat er dich da gekriegt? Er hat über meine Witze gelacht. Das ist das Geheime. Alles, das war alles. Das ist das Geheime. Ja, aber auch nur einmal natürlich. Das ist ja auch illegal. Ich glaube, das war von dir einfach ein Versuch. Einmal, wie ist das so, irgendwie anders auch dagegen zu gehen. Und dann ist es dir aufgefallen. Gut, lohnt sich nicht. Never, ever. Ich kann nicht niemandem empfehlen. Hilf einfach nicht. Einmal die Grenze ausgelotet, einfach so in Richtung Empathie und dann direkt gemerkt. Mir war das auch zu heiß mit der Polizei und so. Wenn das rauskommt, wenn die das mal überprüfen und dann kommen die drauf, ich war das, dann wer weiß, was mit einem passiert. Oh je, Polizeigeschichte. Da vorne war übrigens noch eine Frage. Wir haben noch Fragen hier, ja. Sehr gut, da vorne. Eine junge Dame. Dankeschön. Hammer. Einmal Applaus für Mero, der hier das... Mero. Dankeschön. Moin, hi. Hallo, moin. Ja, ich bin Laura. Hi. Bei so einer Convention und Messe wie heute sind ja auch richtig viele andere Creator. Habt ihr noch solche Fan-Momente, dass ihr euch richtig freut, irgendjemanden live zu treffen? Wir sind ja die Ältesten. Ja, aber es gibt ja trotzdem auch andere Gute. Nicht ganz so gut, aber trotzdem Leute, die euch nachahmen. Ja, also Erik und Eddie sind auf jeden Fall dick miteinander. Und wenn wir den treffen, dann ist es immer schon zu sehen. Aber wir kennen uns nicht, wir sind einfach nur dick miteinander. Dankeschön. Nein, aber es gibt so, also ich, bei mir so, die Peets waren gestern nach uns dran, aber die, ich hab ja gestern diesen Twitch-Song-Kantest gemacht und nach uns waren die Peets dran. Und die mag ich gerne, die Jungs, und die waren dann aber nicht da. Und dann hatten sie aber ihren Bündel Autogrammkarten liegen lassen, weil die kommen mit Autogrammkarten. Hey, das ist Peets meat. Und dann hab ich die ein bisschen unterschrieben, so. Aber hast du nur nicht drei von ihnen bekommen. Ja. Ja, nicht so gut. Aber sonst, also die, oder Floyd ist ja auch mit seinen Leuten hier, die hab ich gestern kurz gesehen. Floyd. Ach, Floyd. Genau, die haben gekocht und so, die waren auch gestern hier, hab ich kurz gesehen. Das freut mich schon, aber so Fanboy, davon muss man ja was fühlen. Also doch, wenn Ronny Berger hier wär, würd ich, glaub ich, auch nochmal zum Fanboy. Ja, sehr gut. Ronny Berger hier? Glaube nicht. Nee. Glaube ich nicht. Es gibt total viele, die man, wir sind tatsächlich einfach die ältere Generation, also tatsächlich hat man sich wahrscheinlich schon irgendwann mal irgendwo getroffen, so, ne, also, oder zumindest mal einfach Hallo gesagt. Also, davon gibt's aber echt viele. Also, der Vibe, der hier ist und alle, die man so, jetzt, ich hab noch nicht so viele Leute getroffen hier, aber das ist immer angenehm. Also, Erik, wär geil, dem Hallo zu sagen, auf jeden Fall, ja. Bei mir ist es immer, wenn ich, so was wie Kino Plus oder so, wenn ich da irgendwo bin und dann sind da so echte Regisseure oder Schauspieler, die wirklich die ernsthafte Produktionen machen, das finde ich dann immer, weil ich die Arbeit da so schätze und mir denke, das ist irgendwie auch ein geiler Job, würde man manchmal ja auch gerne mal machen, mal einen Film machen oder so. Das sind immer, also ich bin für die Profession dann so ein bisschen Fanboyig, aber so Leute, ja, man hat so irgendwann, man ist so alt, man kann sich nicht mehr begeistern für irgendwas. Ich hab mal, ist jetzt kein Creator in dem Sinne, aber ich hab mal meinen guten Freund Ryan Reynolds getroffen. Oh. Bei dieser Japanreise, wo wir eingeladen wurden von, ich glaub, was war es, Warner oder so, weil er damals für Detective Pikachu, er hat die US-Stimme von Pikachu, glaub ich sogar, gesprochen und da waren wir eingeladen, da hatten wir auch so ein Q&A, so mit Kino Plus, da waren dann Daniel Schröckert, Alvin und ich, der Regisseur von Detective Pikachu und Ryan Reynolds, wir saßen so da und das war halt super, wurde im Vorfeld schon gebrieft, so, also jeder von euch kann zwei Fragen stellen, genau und dann nicht zu, keine Selfies machen oder irgendwie, also du wurdest schon, es war so eine richtig komische Stimmung davor, wir waren schon in dem Raum, da waren noch andere Journalisten vor uns, die da dran kamen und du hattest aber, du wurdest so richtig gebrieft, du hattest schon das Gefühl so, okay, kein Scheiß machen. Dadurch hat sich schon so ein bisschen Spannung aufgebaut und dann sitzen wir so da und dann habe ich natürlich versucht, lustig zu sein, ich wollte Ryan Reynolds mit Humor beeindrucken. Das hat nicht geklappt. Ich habe, mein Englisch war in dem Moment zu schlecht, weil ich auch zu aufgeregt war und habe dann so vor mich hingestammelt und ich wollte eigentlich sagen, weil er ist ja eigentlich ein gutaussehender Typ, aber in Detective Pikachu sieht man ihn nicht, in Deadpool sieht man ihn nicht, dann wollte ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der Gag war, ich wollte sagen, ja, ob er extra nur Rollen annimmt, wo man sein Gesicht nicht sieht, weil er so hässlich ist. Das ist aber eigentlich eine gute Frage. Und dann habe ich das aber so in schlechtem Englisch so hingestammelt, so, do you take Rolls because you're ugly? Irgendwie so. Und er guckt mich einfach so an und hat sich so ganz verstanden, da habe ich gesagt, no, because in your Rolls. Ich will jetzt, no, no one can, no one can, no one can see your face in your Rolls. Und er so, ähm, dann hat er gar nicht irgendwie fünf Filme, die er in den letzten Jahren aufgenommen hat, gemacht, wo er gesagt hat, wo man sein Gesicht sieht und ich so, oh, äh, that's true. Okay. Und dann, ähm, nice interview. Ja, das war mein Gesicht mit Rhein-Rabber. Haben wir das noch auf Tape? Das ist auf Tape, ja. Das ist auf Tape. Ich hatte eine ähnliche, aber die ist nicht so lustig. Also eigentlich muss, ich habe, Kollege, erzähle ich sie jetzt überhaupt noch, weil deine ist sehr viel lustiger. Aber ich hatte auch eine unangenehme Situation und zwar, ähm, war ich, ich bin nicht so oft in solchen Situationen, weil ich nicht in diesem Kino-Game bin wie du. Ja, bist nicht im Hollywood-Game. Bin ich im Hollywood-Game. Aber das war, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist denn bei der Hauptdarsteller, der Hell on Wheels gemacht hat und Star Trek, der neue Käpt'n ist und... Scott Bakula? Na, ich habe keine Ahnung. Nennen wir ihn Mike Snigolson. Mike Snigolson? Mike Snigolson? Mann, Mike, du kennst doch Mike Snigolson. Mike Snigolson? Wir waren bei ihm auf dem Geburtstag. Ja. Der Hauptdarsteller. Der macht halt Star Trek Beyond The What und hier Hell on Wheels und so. Du kennst den. Ich kenne den nicht. Mike Snigolson. Jedenfalls waren wir da in Berlin und das war genauso. Da kam dann so lauter, so Aaron Troschke war da, so lauter, irgendwie Influencer-Leute und ich, waren dann in dieser Hotellobby und dann, ja, okay, und der Schauspieler ist da oben und dann kommt ihr hoch, aber in Gruppen und jeder darf nur eine Frage stellen und so, so ganz vorsichtig und alle tüdelten so rum, dass alles für diesen Mike Snigolson alles richtig ist und so. Und dann kommen wir da hoch und er steht da vor dieser Werbewand, richtig adretter, gut gebauter Hollywood-Star, Mike Snigolson halt. Mike Snigolson halt. Steht da und dann durfte jeder eine Frage stellen und der Typ vor mir ist irgendwie so ein richtig ehrgeiziger Kinojournalist und ich hatte mir vorher auch überlegt, so was frage ich den denn? Und dann hatte ich was und so, ja, okay, das kann ich ihn fragen, ist cool mit mir. Kommt der Typ vor mir dran, fragt ihn exakt die gleiche Frage. Daniel Schröckert. Und dann stehe ich da, bin dran und habe ich ihm natürlich auch nochmal die gleiche Frage gestellt. Und er war völlig pisst und irritiert, so, ich habe die Frage doch gerade beantwortet. Und dann musste ich ihm sagen, ja, aber ich kenne den Typ nicht, das ist für meine Leute. Und dann war ihm das so unangenehm, dieselbe Frage nochmal zu beantworten. Und dann hat er halt richtig so ein... Aber das gehörte eigentlich zum Job, das habe ich ihm auch gesagt. Das sind die gleichen Fragen ständig. Jeder denkt, er hat die geilste Frage überhaupt am Start. Alvin hat Ryan Reynolds was gemalt. Aber ich kann das auch verstehen, ich kann mich verstehen, weil wenn du dreimal am Tag oder dreimal in der Stunde die Frage beantworten musst, why are you so ugly, dann würde mir das auch irgendwann auf die Eier gehen. Und Alvin hat sich entsprechend gemalt dann. Was hat Alvin hat was gemalt? Alvin hat was gemalt. Alvin hat einen Pikachu und einen Deadpool zusammen gemalt. Während ihr da gesessen habt, oder was? Nee, ich glaube im Hotel vorher und hat ihm das dann geschenkt. So hat er es nicht, er ist professionell genug zu sagen, wow, that's the most beautiful thing I've ever seen. Und als wir aus dem Raum raus sind, hat er es angezündet. Keine Ahnung, wahrscheinlich hängt es über Ryan Reynolds' Bett. Ja, denke ich auch. Ich will die Chance nochmal nutzen, falls noch jemand Fragen hat, gerne Handzeichen da vorne. Oh, jetzt, da gehen dann doch ein paar Hände hoch. Weil, wenn wir schon mal so viele Leute hier am Start haben, macht das Sinn, finde ich. Oder? Hier vorne die Dame. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich bin Angela. Hallo. Erstens muss ich sagen, dass mein Freund der größte Eddie-Fanboy der Welt ist. Das hat er mir explizit gesagt, dass ich das bitte erwähnen soll. Eddie-Fanboy der Welt? Ah, okay. Ja, genau. Ja, und wie ist es für euch jetzt nach so langer Zeit dann immer noch auf so einer Bühne zu stehen und auf so einer Convention? Ist es anders, Fans zu treffen oder ist es immer noch gleich? Also stehen kann keiner von uns mehr auf einer Bühne, deswegen sitzen. Kannst du die Frage nochmal? Wie ist das nach all der Zeit auf dieser Bühne zu stehen mit all den Fans, wie ist das für uns? Ob das anders ist wie vor zehn Jahren? Für dich. Das Publikum ist wesentlich älter. Es ist teilweise erschreckend, euch altern zu sehen. Also manchmal sehe ich mir alte Videos von euch an und denke so, wow, so jung waren die mal. Und heute teilweise graue Haare, auch so körperlich. Du sagst das zwar lustig, aber es stimmt, weil wir haben uns neulich, wo war das, haben wir uns irgendwie im Stream oder so, haben wir uns angeguckt, so eine Gamescom oder sogar eine Games Convention habe ich mir angeguckt von, weiß ich nicht, in Leipzig noch 2004 oder 2005 oder so. Und da hatten wir halt die Giga Games Bühne damals und relativ viel Publikum an der Bühne und das waren halt teilweise Zehnjährige, Elfjährige, Zwölfjährige, also kleine Kinder im Prinzip und ihr seid jetzt alte Säcke. Nicht alle, aber es ist schon älter geworden, aber das liegt natürlich auch daran, dass das einfach, man bleibt ja dabei, man bleibt beim Hobby. Ich werde ja ganz, kennt ihr bestimmt auch diese klassische Frage, ihr kennt das bestimmt auch von euren Eltern oder wem auch immer, die irgendwie einen fragen, sag mal, spielst du eigentlich immer noch diese Videospiele? Meine Mutter hat mir jetzt gerade am Telefon gesagt, das ist erst ein paar Tage her, willst du nicht mal, willst du mit 50 immer noch spielen? Ja genau, sie hat wirklich so gesagt, sie war richtig so, sie macht sich Sorgen um mich. Dann musst du fragen, und guckst du immer noch Fernsehen? Schaust du immer noch Filme? Liest du immer noch Bücher? Also es ist ja, das Medium geht ja nicht weg und ich glaube, das sieht man halt so, dass das einfach die Generationen jetzt damit aufwachsen und deshalb verändert sich das Publikum natürlich auch ein bisschen. Ja, aber es ist schon so, wenn man auch alte Sachen von uns sieht, gerade du sprichst an Gamescom, so 2004 und so, das war so eine Zeit, da war quasi, ist heute wahrscheinlich immer noch so, aber ohne uns, jeden Abend war noch eine Party. Also wir haben den ganzen Tag so gearbeitet, Bühnenmoderation gemacht, sich Spiele angeguckt. Ihr wart auf Partys? Ja, ja, was wollten wir denen noch erzählen? Wir haben das ein Video für dich gemacht, das müssen wir noch schneiden. Genau deswegen haben wir es dir nicht gesagt, wegen der Reaktion. Genau, weil du immer so ausrastest. Ihr habt gesagt, wir treffen uns gleich alle zum Essen und dann gehen wir ins Zimmer. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe schon mal ins Zimmer. Genau, und dann, so war das. So, und dann waren wir jeden Abend auf irgendwelchen Partys, dann gab es Mittwoch, Donnerstag, also so, und jung und dumm, wie man ist, haben wir dann da immer bis nachts um fünf gedanst und dann drei Stunden geschlafen und dann wieder auf die Messe. Und wir sahen natürlich dementsprechend scheiße aus, weil wir auch eine Maske hatten, die nicht so richtig Bock drauf uns hatte. So, aber wenn man die Fotos sieht, denkt man immer noch, wow, waren wir Jungen. Ja, klar. Das sieht ja mal gut aus, aber dabei waren wir zu der Zeit eigentlich schon dracks. Das zeigt, wie weit weg es ist. Ey, alt werden ist schon scheiße. Tatsächlich ist es. Ja, ist schon auch scheiße. Oder? Ich finde, ich finde, also ich fühle mich auf jeden Fall wohler als noch von vor zehn Jahren und auch wohler als jetzt vor 20 Jahren, sage ich mal. Auf der Bühne? Ja, auf der Bühne oder generell. Aber nicht in deinem Körper, guck, also es ist doch. Na gut, da kann ich ja nichts dran machen, an meinem Körper. Ja doch. Das fließt ja einfach, das wabert ja, das schwelt. Du könntest zum Beispiel aufhören, wenn du auf einem E-Fahrrad fährst, noch Chicken McNuggets zu essen. Aber das führt doch Energie in den, nee? Lassen wir das. Ja. Also, es hat sich verändert, aber irgendwie halt auch nicht. Und tatsächlich ein Publikum und ihr seid alle da und wenn man hier rumrennt, der Vibe ist total angenehm hier auf der Polaris. Also hier sowieso auf der Polaris. Gamescom habe ich dieses Jahr verpasst, aber schon sehr nett. Und am Anfang war das immer so ein bisschen strange, wenn man gesagt bekommt, so ey, ich habe euch früher als Kind viel gesehen. Aber wenn das halt jetzt selber 35, 40-Jährige sagen, ist das so, ja, selbst schuld halt. Also, ganz ehrlich, als hättest du mal auch was Vernünftiges machen können. Wir hatten Zeit genug, um sich was anderes zu tun. Ja. Das ist dann wirklich nicht mehr unsere Schuld. Heute gibt es so viel Auswahl. Wenn du dann immer noch uns guckst, ist es deine Schuld. Ja, schlussendlich ist es, ja. Da waren noch mehr Fragen. Ich hoffe, wir haben die Frage beantworten können. Okay. Und jetzt kommen noch mehr Hände hoch. Das ist doch nett. Ja. Edo Laser hebt die Hand und zerstört das Dach der Messe. Hier vorne links der Kollege mit dem Käppi, ja. Ja, hi. Ihr habt vorhin schon über die Royal Beats geschnackt. Da wollte ich noch mal nachfragen, ob es noch eine finale Staffel sozusagen gibt zu den Royal Beefs. Royal Beef neue Staffel war die Frage? Ja, eine finale sozusagen. Finale Staffel zu den Royal Beefs. Finale. Nee, also ich finde das auch ein schöner Abschluss. Bis auf Eddie haben alle einmal gewonnen. Nur für den Gag. Nur für den Gag, Mann. Es ist nur für den Gag gewesen. Das Lustige ist, ich habe überhaupt nicht gehört, was du gesagt hast, aber anhand der Reaktion konnte ich mir zurückbringen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, alle außer mir haben gewonnen. Ja, genau. Weil ich ja vorhin ja schon mal den Gag da bin. Ja, ich weiß es auch. Wer von euch kennt denn überhaupt die Royal Beef Serie? Einmal die Hand hoch, bitte. Ui, shit. Okay. Oh. Viele Ausraster gesehen. Sag doch mal, Budi. Liegt an mir oder was? Ja, es liegt an dir. Wir haben alle drei gesagt, wir machen es. Ich sage jedenfalls, ich hätte gerne Bock. Also es liegt eindeutig an dir, Budi. Jetzt ernsthaft? Ja, das sagen alle. Wir haben gesagt, für 100.000 pro Person sind wir dabei. Getting over it, only up. Oh ja. Ich mache nur mit, wenn wir Micro Machines spielen. Ja, aber nur die eine Strecke. Aber nur die Strecke, die Simon aussieht. Wo Simon gesagt hat, hey, pass auf, ich nehme meine Strecke, die ist gut für euch. Und ich hätte Bock auf so ein anderthalb Stunden Nidhogg-Match gegen einen von euch. Oh ja, das wäre so schön. Oder so ein geiles Quiz. Und wenn man das dann verliert, trotzdem gut drauf sein. So ein Quiz fände ich super. Mit Fragen aus dem Jahre 1997. So was wie, wie viel schnellste Rennrunden hatte Heinz-Harald Frenzen. Wo man so richtig unter Beweis stellt. Also allgemein, wow, ich habe allgemein ein bisschen. Ja, scheinbar, scheinbar, who knows. Also man soll nie, nie sagen, aber es ist nichts geplant. Weil man muss dazu sagen, die psychische Belastung, die muss irgendwie aufgefangen werden. Es ist wirklich, also es ist wirklich anstrengend gewesen. Mit so einem anschließenden Wellness-Urlaub, würde ich sagen, ja. Während des Wellness-Urlaubs. Vielleicht das, vielleicht das auch. Vielleicht braucht man zwischendurch die Wut in die Wüste gehen. Oder wir machen das als Disziplin. Wer kann besser relaxen? Nein, das will keiner sehen. Doch, finde ich gut. Wer schafft länger eine Nackenmassage oder so. Finde ich ganz gut. Simon ist da seit 16 Stunden drin. Ja, Simon würde gewinnen, seien wir ehrlich. Ich würde sagen, der ist nicht mag, die Idee. Aber also, wenn wir das wirklich in den Rahmen verpacken, wo man sagt, okay, wir mieten jetzt ein Wellness-Hotel nur für uns. Alle anderen Gäste bitte da was. So, und dann machen wir so etwas wie, die Produktion ist bereit. Die steht schon, alles ist vorbereitet. Die Pads sind zurückgelegt. Und wir sitzen so im Whirlpool. So, und dann gucken wir die ganze Zeit. Und wenn sich einer so ein bisschen bewegt, oh, ich glaube, Sie sind soweit. Ich glaube, Sie sind bereit. Ah, nee, doch nicht. Wir warten. Und irgendwann, nach sieben Tagen, steigen wir einmal aus diesem Whirlpool raus, zocken eine Runde und dann gehen wir wieder in den Whirlpool rein. Ich glaube, das ist das, was die Leute sehen wollen. Ja, aber was kann man noch leisten? Ja, welches Spiel würdest du denn gerne sehen? Mal andersrum gefragt. Und warum ist es Halo? Guck mir gleich mal. Welches Spiel, ein altes Mario Party Spiel wäre eigentlich ganz lustig. Mario Party. Was ein Cut? Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Da weiß ich jetzt schon wieder, wie die Scheiße geht, wer dann hier die ganzen Sterne sammelt. Und dann hat er schon 23 Sterne und man hat Minus 2. Und dann die ganzen Minigames, wo dann jeder sofort checkt, wie es geht, außer man selbst. Das war mein Lieblings-Moment. Beto. Kein Mario Party. Kein, wie heißt das? Wimmel, Wummel. Das andere Scheiße. Weißt du noch, diese eine Geschichte, das war auch so bei Mario Party oder irgendein Klon, als nur noch wir beide übrig waren, und es gab so eine Bombe und die musste man so rumreißen und dann explodiert die immer. Und es war so lustig. Und wir waren nur noch zu zweit und ich hatte diese Bombe und ich habe in meinem Kopf die Sekunden gezählt und du hast die ganze Zeit versucht, mich zu sabotieren. Es war so schön. Habe ich dir diese Bombe gegeben, du bist instant explodiert. Das war mein allerliebster Moment. Das ist super schön. Spiel und in echt. Das ist der Grund, warum wir uns einfach über die Spiele nicht einigen. Ich sag's euch, lass uns doch Beef Junior. Wir gegen Beef Junior. Wir zu viert. Wir kennen die ganzen schmutzigen Tricks. Wir anderen sind nicht so zusammen. Ich sag das ja immer wieder. Ich wäre ja dafür, also gegen die, wir vier. Es wird schon hart genug für uns, Koop zu spielen. Damina, Colin, Gregor, das gibt ja verschiedene. Ja, Florentin und so. Sie sollen von mir aus die Besten nehmen. Sollen die doch kommen. Ja, sollen die kommen. Was sollen sie machen? Die machen wir alle. Das kriegen wir hin. Ja, mal gucken. Okay, gibt's noch weitere Fragen? Da waren doch noch ein paar Hände. Vielleicht können wir da jetzt noch mal ein paar Fragen beantworten. Ich glaube, allzu viel Zeit haben wir nicht, weil gleich... Ja, wir haben noch Zeit. Hier eine Frage. Achso. Wir haben noch ganz genau neun Minuten und 36 Sekunden. Schön, reinsprech bitte. Guten Tag, wer bist du? Hi, ich bin der Phil. Oh, ein bisschen sehr laut. Ich schließe gerne mal an die Beef-Folge mit an. Beef Junior und Royal Beef gegeneinander. Das wäre schon sehr cool. Alternativ wäre es auch möglich, dass vielleicht einer von euch, ich sag mal zum Beispiel Simon, gegen Florentin, Gunnar und Trant zum Beispiel, das wäre auch eine gute Kombination. Sehr gut. Ja, das ist absolut machbar. Wir arbeiten schon dran. Ich finde, das könnte Simon mal machen. Ja, absolut. Wer möchte, dass Simon das macht? Wer möchte, dass Simon das macht? Simon, 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 Simon. Sehr gemeint, ey. Wir reden nicht. Sehr gute Idee. Okay. PS, Familienoberhauptvogel von Nils war ein perfekter Ausraster, wie ich finde. Ich würde sagen, Florian Team wäre jetzt echt mein Angstgegner. Ich habe es auch nicht verstanden. Sag mal mal, irgendwas mit Nils. Familienoberhauptvogel. Familienoberhauptvogel. Okay. Manche erinnern sich, vielleicht Nils hat es versucht. Es war nicht die beste Zeichnung, so dass Eddie vielleicht nicht so schnell noch hat. Du musst mir die Situation nicht nochmal erklären. Das Stichwort hat gereicht, um das Trauma wieder hochzuholen. Also ich finde, du solltest da nicht in der Wunde bohren. Nils hat sich mehrmals entschuldigt für die Art und Weise, wie er gemalt hat. Genau. Papa? Pirat? Aber sowas, wenn das in dem Beef wäre, also sowas wie Montag, so Analogspiele haben wir nie in dem Beef gehabt. Wir haben nie zurecht. Ja, aus genau diesem Grund. Also Montagsmaler mit so einem Beef-Charakter stelle ich mir anstrengend und deswegen ganz... Aber ich mag Spiele nicht, wo dann ausgewürfelt wird, wer in Teams ist und dann weiß man schon, wie es ausgeht. Da gab es einige Sachen bei Beef, das hat mir nicht gefallen. Da wusste man in der Konstellation schon, okay, jetzt habe ich verloren. Aber dann muss jeder, dann muss man einzeln spielen einfach. Ja, Montagsmaler allein. Jeder möchte lösen. Eine weitere Frage, danke schön für die Frage. Ja, danke schön. Da vorne gab es noch Fragen, meine ich. Ansonsten hier in der Mitte vielleicht... Da, Eduard Leser. Test, Test. Ja, moin. Cool. Eduard Leser mein Name. Freiheit ist mir wichtig und ich wollte fragen, was eigentlich aus dem goldenen Tisch geworden ist von Almost Daily. Dem goldenen Fisch? Der goldene Fisch, ja. Der goldene Tisch. Der goldene Tisch, der ist ja noch da. Der ist nur flacher geworden. Ach, der war flacher, okay. Genau. Das ist der gleiche Tisch, der da immer noch steht. Das ist der goldene Tisch. Wir haben von den Beinen haben wir die Gehälter bezahlt, aber er wird immer ein bisschen kleiner. Wer hat das abgesägt? Michael. Kollege Michael. Guter Mann. Sehr guter Mann. Dankeschön für die Frage. Gibt es noch weitere Fragen, ihr lieben Leute? Oh, ganz andere Richtung. Halle A4. Ja, lass mal rum. Ruhig mal. Genau. Treppe hoch und dann runter und der Nächste ist dann da oben links. Genau. Einfach mal ein bisschen dafür sorgen, dass der die Pumpe läuft. Boah, ey. Ich habe noch Inlineskates. Ja, der geht auch immer schneller runter. Das ist sehr lustig. Vielen Dank, Mann. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich darf auch wichtige Fragen stellen. Und zwar, wollt ihr entweder ein Jahr lang nur noch in eurer Wohnung verbringen dürfen, 24 Stunden Livestreams machen, also in jedem Raum wären dann so Kameras. Oder ihr dürft nur noch alle zwei Tage für acht Stunden schlafen. Für ein Jahr lang. Also ein Jahr lang? Ein Jahr lang nur noch in eurer Wohnung bleiben und 24 Stunden Streams machen. Also ein Jahr lang wird jede Minute getrackt. Genau. Und gesendet. Oder alle zwei Tage acht Stunden schlafen. Genau. Also ihr seid auch müde und sowas, aber ihr könnt nur noch alle zwei Tage für acht Stunden schlafen. Alle zwei Tage acht Stunden schlafen? Das geht doch. Was? Was? Warte mal, alle zwei Tage acht Stunden schlafen? Ja. 48 Stunden und du bist acht. Also ganz kurz. Als jemand, der sehr gerne das Regelwerk noch mal genauer anguckt. Du hast ja nicht gesagt, was mit dem zweiten Tag passiert. Also wenn man da neun Stunden schläft, ist das ja eigentlich abgedeckt vom Regelwerk. Ihr könnt nur noch jeden zweiten Tag für acht Stunden schlafen oder sonst gar nicht schlafen. Also 40 Stunden wach, acht Stunden pennen, 40 Stunden wohnen. Wie viele Wochen haben also ich hab, also ich bin eh schon fast da. Ich würde sagen einfach das ganze Jahr lang 24-7 einmal streamen und dann vorbei. Ich würde einfach aber das jetzt singen. Moment. Auch wenn ich aufs Klo gehe, würde gestreamen. Klo nicht. Wenn die sich das angucken wollen, sollen sie ruhig, mir doch egal. Das ist mir doch egal. So eben. Das ist doch euer Problem, wie der Kerne Sevi, wie sich der Schlund öffnet. Ja, hör mal auf, ey. Der Schlund. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Wurst wieder rauskommt. Nicht nur, wie sie gemacht wird. Habt ihr auch Hans Zimmer Musik plötzlich? Nee. Das ist lustig, weil ich lass bei mir immer auch so orchestrale Klänge. Echt? Du hast so ein richtiges Orchester. Also mein Klo ist geeicht mit so einem Orchester und das schwingt dann auch entsprechend auf. Die merken schon durch den Biorhythmus, wann es losgeht, wann das große Crescendo kommt. Vielen Dank für deine Frage, Mann. Dankeschön. Die nächste Frage, bitte. Aber ich würde doch so gerne der Weiters überreden. Crescendo kommen. Cresce. Crescendo. Hier ist noch eine Frage. Hi. Hi. Mein Name ist Thomas. Hallo Thomas. Habt ihr in Zukunft mehr geplant, etwas Gemeinsames zu machen? Wie bitte? Zusammen was machen? Ja. Nein. In Zukunft mehr. Mehr geplant, etwas zusammen zu machen? Noch mehr? Nee, gemeinsam ihr. G4, meinst du, in der Konzentration? Ja, mehr. Noch mehr? Ja. Wir haben gerade wieder angefangen, uns wieder anzunähern nach langer Pause. Almost daily safe. Das bleibt safe. Ich weiß natürlich, wo die Frage hinzielt. Ich frage mich, haben wir früher so viel mehr zu viert gemacht? Es gab ja schon immer so jeden Tag. Es gab mehr Sendungen, aber da waren wir dann auch. Aber da waren wir auch nicht oft zu viert, oder? Ja, stimmt. Ja, wir haben halt, glaube ich, nicht so diese, wir haben halt wenig Sendungen, wo vier Leute moderieren oder so. Aber sowas wie in Du bist, mal Brettspiele mehr wieder zusammenspielen oder so. Hero Quest. Also eigentlich machen wir gerade wieder ein paar Sachen, würde ich sagen. Im Moment ist es eigentlich wieder im Aufschwung. Also das Ding ist ja einfach, dass man einfach auch sagen muss, dass Budi einfach lange Zeit auch gesagt hat, ich will einfach nicht vor die Kamera. Und wir gesagt haben, wir wollen Simon nicht vor der Kamera. Dann haben wir Pro-Clubs gemacht. Dann haben wir einfach FIFA nicht. Nils, war bei dir auf dem Geburtstag, also war Eddie immer alleine. Das war eigentlich von Anfang an, man muss ja sagen, Simon und Budi, ihr kennt die Geschichte, Game One, jada, jada, jada. Und dann haben die uns nach Hamburg geholt und Nils und ich hatten ja von damals schon den perfiden Plan, die beiden abzulösen, damit wir FIFA hauptberuflich spielen können, aber ohne es als E-Sport machen zu müssen, weil wir dafür zu schlecht sind. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, und die Quoten sind erwartungsgemäß schlecht. Ja. Ja, aber das ist uns egal. Nee, aber um ernsthaft zu sagen, klar, also es hat sich natürlich auch, weil die Frage ja auch oft kommt, weil sich Rocket Beans natürlich auch verändert hat und so weiter, weil sich die Lebensumstände natürlich auch verändert haben. Also drei von uns mittlerweile mit Kindern unterwegs, Simon, der mittlerweile in Berlin seinen Lebensmittelpunkt hat. Es ist einfach nicht mehr, es wäre gelogen zu sagen, dass wir das Gleiche machen könnten, wie wir es noch vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben. Das wäre einfach nicht, das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Und auch nicht den eigenen Lebenswirklichkeiten. Aber ich merke das immer wieder, ob das jetzt bei HeroQuest war, ob es heute ist oder bei Moral Manor oder so. Es macht einfach unheimlich Spaß, zu viert was zu machen. Und wir merken natürlich auch vom Feedback her, dass es die Leute auch immer noch gerne sehen. Also ist es eigentlich klar, dass es auch weiterhin irgendwas geben wird und in welcher Frequenz. Ich glaube, was wir nicht mehr so, wo man so ein bisschen Angst hat, ist, sich zu committen, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ab sofort, jeden Donnerstag und jeden Mittwoch und jeden Fall, weil dann bist du, dann musst du es machen. Lieber nichts versprechen und sagen, ja, okay, da mache ich irgendwie was. Verbindlichkeit ist unsere Stärke. Verbindlichkeit ist... Verbitterlichkeit? Verbindlichkeit. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben alle grundsätzlich Bock, aber das ist wirklich nicht so einfach, uns zusammenzubekommen. Aber wenn wir das machen, ich schließe mich da an, dann macht es immer wieder großen Spaß. Und deswegen sind so Anlässe, wie jetzt auch cool. Voll. Wer von euch hat auch drei Kinder? Na, da gehen die Hände nicht herum. Schön, dass du deinen Arm heben kannst. Nice. Finde ich super. Als wenn Leute mit drei Kindern hier sein könnten. Ihr siehst du, einer hat es geschafft. Sehr gut. Ich glaube, eine letzte Frage schaffen wir vielleicht noch. Direkt hier unten wird wild gewunken. Hallo. Hallo. Hi. Ich heiße Nova und meine Frage ist, habt ihr irgendwie so Moin Moin ähnlich oder so Live-Events geplant? Kannst du ein bisschen näher ranhalten? Warum wir Moin Moin nicht mehr machen? Habt ihr irgendwie so Moin Moin ähnliches oder zukünftige Live-Events geplant? Moin Moin. Mehr wieder und Live-Events geplant. Das Problem mit Moin Moin ist ja einfach, dass es halt zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo wir eigentlich noch gar nicht bereit waren für die Produktion. Das heißt, es mussten wirklich Leute vorher da sein, die Regie besetzt sein, all das. Und das wiederum kostet eine Menge Geld, weil das dann quasi eine, also für all die Leute, Aufnahmeleitung, Regie und so weiter, die Planung im Hintergrund, all das muss dann einmal nach vorne noch gewulstet werden. Da hast du von morgens bis Mitternacht-Programm. Und das kostet einfach zu viel. Deswegen war Moin Moin eine der Sachen, die wir wirklich früh entschieden haben, dass die sich nicht auszahlt, leider. Aber ich vermisse es auch, um ehrlich zu sein. Aber ja, es ist halt, ich glaube, sowas geht heutzutage auf dem Stream leichter, wenn jemand morgens einfach aufsteht und dann sein Programm da macht. Aber ich verstehe auch, ich vermisse es auch ein bisschen, aber es ist wirtschaftlich, ist es eigentlich ein No-Go. Kann man das eigentlich so nicht machen? Nicht, wenn man gleichzeitig viele Leute auch halten will. Das ist ein bisschen komisch, weil wir werden echt oft auf Moin Moin angesprochen. Und als Moin Moin, als wir uns dazu entschlossen haben, quasi Moin Moin nicht mehr zu machen, war es halt so, dass die Zahlen auf jeden Fall deutlich nach unten gingen. Und was halt das Ding war, als wir es noch live auf dem Sender gemacht haben, da waren es dann, weiß ich nicht, vielleicht tausend Zuschauer in der Peak und offline waren es vielleicht, je nachdem, wer was gemacht hat, 20 mal 30, 40.000 Klicks, whatever. Und da hat man natürlich dann gemerkt, okay, muss man es wirklich live machen, wenn sowieso 95 Prozent der Leute es eh nicht live gucken, sondern on demand. Und das war so die erste Entscheidung zu sagen, okay, weil dann muss nicht die gesamte Crew antanzen, du musst nicht schon morgens um 10 produzieren, wenn danach eh nichts produziert wird und so weiter. Also das war so die Entscheidung, dass man erst mal gesagt hat, wir machen es nur noch on demand. Und dann war es glaube ich auch so, es haben ja immer andere Leute auch Moin Moin, am Anfang nicht, aber immer mit der Zeit war ja Moin Moin wie so ein freier Sitz, wo sich jeder draufsetzen konnte und was machen konnte. Und die Leute haben sich auch enorm Druck gemacht. Also die haben dann auch die Zahlen verglichen, bei mir haben es jetzt nur 10.000 geguckt, bei mir haben es 30.000 geguckt. Es gab ganz unterschiedliches Feedback und dann muss man sagen, dass es am Ende schon auch für viele Leute eine Belastung war, die sich dann auch, weil das muss man auch erst mal machen, sich da hinsetzen, eine Stunde lang zu sagen, so, ich entertain jetzt mal für eine Stunde lang ohne irgendwie irgendein großes Programm, mache ich jetzt mal hier Freestyle eine Stunde. Und das war glaube ich für viele Leute, waren dann auch im Hause irgendwie auch ein bisschen erleichtert, dass man das nicht mehr machen musste, sage ich jetzt mal so. Aber ja, wir sind gerade sehr, wir stecken sehr viel die Köpfe zusammen intern, um zu gucken, wie wir auch nächstes Jahr Rocket Beans, wir hatten ja jetzt auch ein schweres Jahr, muss man ganz klar sagen, und wie wir uns nächstes Jahr auch inhaltlich aufstellen wollen und da werden alle möglichen Ideen durch den Raum geworfen und es ist auf jeden Fall auffällig, dass Moin Moin immer wieder zu mit den meist vermissten Formaten gehört. Ja, aber das ist natürlich auch, was Simon sagte, das ist dann auch einfach eine wirtschaftliche Realität, weil wenn du halt siehst, dass Moin Moin als Konzept hast du einfach eine Person sitzt von der Kamera und erzählt, oft ja auch interaktiv mit dem Chat zusammen, irgendein Thema spontan dann auch erst aus Baldowart. Das war ja keine aufwendige Produktion in dem Sinne, dass da irgendwelche Matzen vorproduziert wurden oder so, sondern der Aufwand war eben, hey, whoo! das ist ein nackter Fischkopf. Oh mein Gott, es ist ein nackter Fischkopf. Oh mein Gott, es ist ein nackter Fischkopf. Das machen wir ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, mich interessiert, wenn wir jetzt noch länger hier sitzen bleiben, was macht Fischkopf als nächstes? Hat er die Bühne? Will er uns hier vertreiben? Ich glaube, das war der Rausschmeißer. Ich glaube auch, die haben ihm das gesagt. Aber hast du am Anfang nicht gedacht, es wäre vielleicht Nosferatu? Für eine Sekunde habe ich gewusst, er ist schon wieder da. Ja. Nosferatu, der ärgert sich jetzt. Verdammt, Fischkopf! Ich glaube, wir fangen mal einfach ganz langsam an, Tschüss zu sagen und Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr auf der Polaris seid, dass ihr euch hier hingesetzt habt, uns zugehört habt, erneut. Dankeschön für alle Fragestellerinnen und Fragesteller. Dankeschön. Wir müssen jetzt gleich ins Studio und Pen & Paper vorbereiten. Yes. Also wenn ihr Lust habt, guckt gerne heute Abend noch mal zu, um 19.30 Uhr geht's weiter. Vier Schlüssel fehlen noch und dann ein großes Dank hier an das Polaris-Technik-Team. Das hat ja alles sehr gut geklappt. Danke an Mero, das ist herumlaufen. Wollen wir noch warten, bis Fischi noch mal kommt? Ich glaube, der ist völlig außer Atem. Man soll sowas nicht. Sind die immer noch da? Ja, okay. Vielen Dank fürs Kommen, fürs zahlreiche Erscheinen. Macht's gut, Leute. Dankeschön. Schöne Polaris! Komm Kopp Untertitelung des ZDF, 2020